heißen, in den heißen Zimmern. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen, die das Exzellenzcluster Zeblas gemeinsam mit der Bayer AG konzipiert hat, wie letztes Jahr übrigens auch. Und ich darf Sie ganz besonders auch im Namen meiner Rektorin, Frau Professor Steinbeck, begrüßen, diejenigen im OSAH-U, die Frau Steinbeck kennen, die wissen, dass Frau Steinbeck die Wissenschaftskommunikation am Herzen liegt und sie lässt da dem Cluster Zeblas, stellvertretend an Celine Dich und Petra, ihr hohes Lob aussprechen, mit der Bitte verbunden weiter so. Meine Damen und Herren, ich darf dann als nächstes unsere heutigen Referentinnen und Referenten, die Diskutantinnen und Diskutanten begrüßen und ich mache das einfach mal entsprechend der Reihenfolge ihres Auftretens. Das ist einmal Herr Dr. Heidelbach vom Direktorat Landwirtschaft der EU. Und dann kommt meine Kollegin, Frau Professor Maria von Korf aus der hiesigen Universität, wie gesagt. Herr Dr. Klaus Kunz von der Bayer AG. Herr Petro, der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Und Frau Dr. Leibach vom ökoprogressiven Netzwerk. Noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle, dass Sie zugesagt haben, ohne Sie ist sowas nicht möglich. Also Dankeschön. Ja und zum Schluss darf ich ganz herzlich auch Johannes Pennekamp von der FAZ begrüßen. Herr Pennekamp ist dort der Ressortleiter Wirtschaftsberichterstattung und er wird diese Veranstaltung moderieren. Meine Damen und Herren, wenn man das Thema oder den Begriff Nachhaltigkeit in der Diskussion in der Familie oder in der Öffentlichkeit erwähnt, dann ist das ein Begriff, der eigentlich in aller Munde ist. Jeder versteht da etwas anders drunter, aber es ist ein Begriff, der positiv besetzt ist. Das heißt, jeder hat damit, verbindet damit eigentlich positive Konnotationen. Und nicht verwunderlich, dass auch die Politik diesen Begriff aufgegriffen hat, diese Thematik aufgegriffen hat. Und dazu hat die EU dann 2019 den sogenannten Green Deal. Den Green Deal verfasst ein großes Programm, das eine tiefgestaltige Umwälzung oder Umgestaltung unserer ganzen Wirtschaft beinhaltet. Und wir begrüßen sehr, dass wir Herrn Dr. Heidelbach von der EU gewinnen konnten, der uns versuchen wird, die Essenz dieses Programms uns darzustellen. Dann werde ich mich nochmal einmischen. Ich habe die Aufgabe, gewissermaßen dieses Programm aus dem Blickwinkel eines Pflanzenwissenschaftlers, der ich bin, als Pflanzenwissenschaftler zu betrachten und sich zu überlegen, Was können denn Pflanzenwissenschaftler dazu tun, dass dieses Programm Wirklichkeit wird, nicht, dass es irgendwo versackt. Und das werde ich versuchen, in einigen wenigen Dias zu Ihnen vorzustellen. Und da werde ich den Stab gleich weiterreichen. Dann meine Kollegin Maria von Korff, die dann aus ihrer, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Praxis Beispiele bringen wird, wie man das machen kann und wie man das machen sollte. Und ich sagte bereits, der Green Deal, der wird, wenn er durchgesetzt wird, unsere ganze Wirtschaft drastisch umstrukturieren. Das betrifft die Landwirtschaft, dazu habe ich gerade ein Beispiel gesagt, aber es betrifft auch die Industrie. Und Herr Dr. Kunz von der Bayer ergebe, das aus dem Blickwinkel, versuchen aus dem Blickwinkel eines global aufgestellten Industrieunternehmens, eines großen Industrieunternehmens zu beleuchten. Ja, und damit kommen wir zum Schluss dieser Veranstaltung, zum Hauptteil, fast gesagt, dieser Veranstaltung, nämlich zur Diskussion. Und darauf freue ich mich ganz besonders, dass wir dann mit dem Herrn Peto und Frau Leimach diskutieren, mit Frau von Korff ebenfalls und Herrn Kunz, dass wir diskutieren miteinander, dass wir ihre Fragen aufnehmen. Und es ist leider schade, dass wir das nicht von Auge zu Auge machen können und anschließend danach bei einem oder auch zwei Bieren bei diesem heißen Klima uns halt beschäftigen können und das Thema dann vertiefen können. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf einfach den Stab direkt an Herrn Pennekamp weiterreichen. Herr Pennekamp. Ja, vielen Dank, Herr Professor Westhoff. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich diese wichtige und hochkarätige Veranstaltung hier moderieren darf. Aus journalistischer Perspektive kann ich nur sagen, mit dem Thema Klimawandel, Kampf gegen den Klimawandel, es ist einfach das Megathema unserer Zeit. Wir merken das auch bei der FAZ in der Wirtschaftsredaktion tagtäglich, also auch oder gerade vielleicht auch in der Wirtschaftsredaktion, könnte man eigentlich unser ganzes sogenanntes Buch mit Themen rund um Klimawandel und Kampf gegen den Klimawandel bestreiten. Also angefangen von der Energiewende über politische Regulierung in Berlin und Brüssel, über die Finanzmärkte eigentlich. Es gibt kaum noch ein Thema, das nicht damit verknüpft ist. Darum freue ich mich, dass wir hier heute tiefer einsteigen im Agrarbereich und im Bereich der Pflanzenforschung. Und ja, da legen wir gleich los, verlieren wir nicht viel Zeit. Ich sage noch mal ein paar Dinge kurz zum Ablauf. Wenn Sie sich jetzt an den Bildschirmen wundern, warum Ihr Video und Ihr Ton ausgeschaltet ist, das liegt ganz einfach daran, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und hinterher dann auf YouTube gezeigt werden kann. Und aus Datenschutzgründen ist das so geregelt, dass Sie dann im Bild nicht zu sehen sind. Das soll Sie aber nicht davon abhalten, hier aktiv heute teilzunehmen. Und zwar wird es jetzt gleich erstmal mehrere Impulsvorträge geben, jeweils zehn Minuten, dann noch zwei kürzere Impulsvorträge. Und dann steigen wir so gegen 18 Uhr spätestens in die Podiumsdiskussion ein. Und da sind Ihre Fragen höchst willkommen. Ich werde da ein paar Fragen selbst stellen und dann direkt das auch öffnen, das Ganze. Die Fragen bitte in den Chat eintragen. Die Frau Bracht wird das ein bisschen filtern und begleiten und die Fragen dann einspeisen. Bitte schreiben Sie auch am besten dazu, an wen, an welchen Panelist oder welche Panelistin Sie sich dort wenden wollen mit der Frage. So, beginnen wollen wir jetzt aber mit Dr. Olaf Heidelbach. Herr Dr. Heidelbach, er wurde gerade schon kurz erwähnt, er vertritt hier die wichtigste Institution oder die Initiatorin des Green Deal, nämlich die Europäische Kommission. Herr Dr. Heidelbach ist promovierter Agrarökonom der Universität Halle-Wittenberg. Von dort aus zog es ihn dann aber sehr schnell in die weite Welt hinaus. Er hat eine wahrlich internationale Karriere hingelegt. Nach der Promotion zuerst in Bishkek, in der Hauptstadt Kyrgyzstan, dort dann zur EU-Kommission gewechselt. Und er war dann als Programmmanager nicht nur dort tätig, sondern auch in Baku, Aserbaidschan, also in Sri Lanka und auf den Malediven. Bevor es dann im September vergangenen Jahres in das vielleicht nicht ganz so schillernde, aber doch sehr wichtige Brüssel ging, in die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Herr Heidelbach, wir sind gespannt auf Ihren kurzen Impuls und darauf, was es mit der Farm-to-Fork-Strategie auf sich hat. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz besonders, heute dabei zu sein im Austausch mit Wissenschaft und Industrie. Wissenschaft ist ganz besonders wichtig und das ist das, was wir auch immer sagen. Ohne die Wissenschaft, ohne die Forschung können wir die Green Deal und die Farm-to-Fork-Ziele eigentlich gar nicht erreichen. Deshalb ist dieser Austausch so wichtig und ja, ich freue mich einfach darauf zu hören, was auch insbesondere die Pflanzenforschung dazu zu sagen hat. Also ich habe in meinem Studium auch Crop Sciences studiert und bin mir über die Möglichkeiten durchaus bewusst. Und wir müssen ja einfach sehen, wie wir da auch zusammenarbeiten können, um die Ziele zu erreichen. Ja, ich habe eine kurze Präsentation. Ich hoffe, dass Sie sie jetzt sehen können. Wenn Sie mir kurz Bescheid geben, dass Sie die Präsentation sehen können. Ja, ist im Vollbildmodus zu sehen. Gut, wunderbar. Also der Green Deal ist natürlich etwas älter von 2019, aber die Farm-to-Fork-Strategie oder vom Hof auf den Tisch ist erst ein knappes Jahr alt. Wir haben also gerade Geburtstag gefeiert sozusagen und sind mittendrin in der Arbeit. Ich werde Ihnen versuchen, kurz darzulegen, worum es da genau geht. So, ja, Farm-to-Fork-Ruf auf den Tisch ist Teil des europäischen Green Deals und da gibt es natürlich viele Bestandteile vom Naturschutz, Biodiversität über auch soziale Aspekte, gerechter Übergang für alle. Nicht zu vergessen, also bei so einem Übergang müssen wir eben alle mitnehmen. Die Klimagesetze, der Klimapakt, Investitionen in intelligente, nachhaltige Mobilität und so weiter. Ich werde nicht auf alles eingehen können, deshalb habe ich eben den Fokus auf Farm-to-Fork-Strategie gesetzt. Und wir streben eine nachhaltige Gesellschaft an und dazu gehört eben auch ein nachhaltiges Lebensmittelsystem, in denen alle Aspekte der Nachhaltigkeit, also wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit auch berücksichtigt werden. Kommen wir zu den Zielen von der Farm-to-Fork-Strategie. Also es geht hier um neutrale und positive Umweltauswirkungen der Lebensmittelerzeugung, um Ressourcenerhalt, um Eindämmung des Klimawandels, um Ressourcenschonung, Land, Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tiergesundheit und eben die Biodiversität. Es geht darum, immer noch, das ist natürlich ein altes Ziel auch der europäischen Agrarpolitik, die Ernährungssicherheit sicherzustellen und das wurde jetzt auch während der Covid-Zeit sehr deutlich, dass es eben nicht unbedingt gegeben ist. Und es gab zwar keinen direkten Mangel in der EU, aber sicherlich außerhalb der EU und es hätte durchaus, wenn bestimmte Maßnahmen nicht ergriffen worden wären, hätte es durchaus zu Knappheiten kommen können. Also die sogenannten Green Lanes, die eben die Lebensmittelversorgung sichergestellt haben zwischen den Mitgliedstaaten, haben durchaus einen entscheidenden Faktor gehabt, dass die Regale eben nicht leer waren. Ja, die Preise sind eben immer noch ausschlaggebend für viele Verbraucher. Natürlich steigt eben der Sinn für Nachhaltigkeit und der Konsument ist sich mehr bewusst als früher über nachhaltige Lebensmittel und auch gesunde Lebensmittel. Aber nichtsdestotrotz ist der Preis eben immer noch ausschlaggebend für viele Konsumentscheidungen. Deshalb müssen wir versuchen, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft auch zu erhalten, beziehungsweise auf globaler Ebene auch eben sehen, dass die Produktivität gegeben ist, um die Weltbevölkerung auch zu ernähren. Es gibt ganz konkrete Ziele für nachhaltige Lebensmittelerzeugung, die kennen Sie sicherlich alle sehr gut. Es geht also um die Reduktion von chemischen Pestiziden um 50 Prozent, insbesondere der mit höherem Risiko. Es geht darum, die Nährstoffverluste zu verringern und dabei gleichzeitig die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Und wir schätzen, dass dadurch der Einsatz von Düngemittel eben um 20 Prozent verringert wird. Es geht darum, die antimikrobiellen Mittel zu verringern um 50 Prozent, jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Aquakultur. Und das große Ambitioniertziel ist die ökologische Landwirtschaft, um da einen Flächenanteil von 25 Prozent zu erreichen. Das wäre also eine deutliche Steigerung. Wen brauchen wir dafür? Also es müssen natürlich alle Stakeholder dabei sein, von Bürgerinnen, Verbraucherinnen, angefangen über unsere Landwirte Fischer, über die Produktionsmittelindustrie, Verarbeiter. Dann natürlich, deshalb habe ich das hier rot eingekreist, wir brauchen Sie, die Forschung, die Wissensanbieter und dann auch eben den Link über die Beratungsdienste, auch über die Banken, wieder zurück zu den Produzenten und den Verarbeitern. Und dann müssen natürlich nicht nur auf europäischer Ebene alle dabei sein, sondern das muss runtergehen bis in die Städte und dann auch außerhalb der EU müssen wir unsere Handelspartner mit an Bord bekommen. Was sind konkrete Maßnahmen? Ich werde jetzt nur einige nennen, weil es sonst die Veranstaltung sprengen würde. Sicherlich eine zentrale Maßnahme ist der sogenannte Rechtsrahmen für nachhaltige Lebensmittelsysteme. Da geht es eben darum, ein umfassendes Paket von allgemeinen Grundsätzen und Anforderungen für nachhaltige Lebensmittelsysteme zu schnüren und auch sicherzustellen, dass wir kohärente politische Maßnahmen auf EU-nationaler Ebene schaffen und dort alle einbinden. Also wir sind gerade am Anfang des Prozesses und da steht natürlich auch die Frage, wie definieren wir ein nachhaltiges Lebensmittelsystem? Und ich kann Ihnen, Sie können sicherlich verstehen, dass die Experten, wir haben zurzeit eine Expertengruppe von ungefähr 30 Experten, meistens aus Wissenschaft und Forschung, auch ihre Probleme damit haben, gemeinsame Definitionen hier zu finden. Diese Maßnahme wird eben bis 2023 abgeschlossen sein und bis dahin ist noch sicherlich viel Arbeit zu leisten. Eine andere Maßnahme, die dieses Jahr noch abgeschlossen werden soll, ist ein sogenannter Notfall- oder Continency-Plan zur Gewährleistung der Lebensmittelversorgung unter Ernährungssicherheit in Krisenzeiten. Also das kam während der Corona-Krise noch in die Farm-to-Fork-Strategie, last minute sozusagen. Darüber hinaus gibt es andere Maßnahmen. Also die gesamte GAP wird auch Green Deal oder Farm-to-Fork sicher gemacht, indem wir den Mitgliedstaaten Ende letzten Jahres Empfehlungen gegeben haben, wie diese Ziele erreicht werden können. Und die neuen Strategiepläne für die zukünftige GAP müssen eben auch darauf antworten und uns darlegen, wie die Mitgliedstaaten beabsichtigen, die Ziele zu erreichen. Da sind wir mitten im Prozess, in der Diskussion mit den Mitgliedstaaten. Ja, weitere Maßnahmen, Pestizid-Richtlinien werden überarbeitet. Es gibt eine Überarbeitung der Verordnung zum Verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln mit biologischen Wirkstoffen. Dann gibt es den sogenannten Aktionsplan Ökolandbau für die Bio-Industrie, der gerade verabschiedet worden ist. Und ein Aktionsplan für integriertes Nährstoffmanagement. Weiterhin gibt es andere Maßnahmen zum Tierwohl, zu Wettbewerbsregeln. Sie kennen sicherlich das FADN, das Datennetz für landwirtschaftliche Betriebe. Das wird auch umgebaut zu einem Datennetz für Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, also Farm Sustainability Data Network zum Beispiel. Und ich werde jetzt nicht, wie gesagt, auf alle Maßnahmen eingehen können, aber was ich herausstellen will, ist, dass wir der Forschung, Innovation eine wichtige Rolle zuschreiben. Aus dieser Perspektive wurden zusätzliche Mittel auch genehmigt für Horizon 2020, um die Prioritäten des Green Deal eben auch abzubilden. Dann gab es eine Allokation von neun Milliarden Euro für Forschung und Innovation in den Bereichen Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft, Fischerei, Aquakultur und Umwelt im Rahmen des zukünftigen Programms oder des neuen Programms Horizon Europa. Und es gibt dann Partnerschaften zu Lebensmittelsystemen für Forschungs- und Innovationsgemeinschaften. Es gibt weiterhin die Innovationspartnerschaft ERP Agri und andere Fonds. Und ein weiteres Ziel des Green Deals ist damit verknüpft, das ist 100 Prozent Breitbandinternet in ländlichen Gebieten bis 2025 zu schaffen. Ich habe vorhin auch gesagt, der Link oder die Brücke zu den Beratungsdiensten ist wichtig, damit eben die Forschungsergebnisse und die neuesten Erkenntnisse eben auch die Landwirte erreichen können. Ja, das Fazit ist eben, dass alle an Bord sein müssen, um die Ziele zu erreichen. Und ja, deshalb freue ich mich auch auf die Diskussion noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Heilbach. Schon mal viel Input für nachher auch nochmal. Wir sehen Sie ja dann nochmal in der Podiumsdiskussion wieder. Wir kommen nun aber erstmal zu Professor Peter Westhoff. Ich muss Ihnen hier in diesem Kreis wahrscheinlich kaum vorstellen. Ich mache das trotzdem kurz. Peter Westhoff ist seit 1988 Professor für Entwicklungs- und Molekularbiologie der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er ist beispielsweise zudem Direktor des Botanischen Gartens in Düsseldorf. Er gehört auf der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an. Und er erforscht den Aufbau und die Entwicklung von Stoffwechselwegen in Pflanzen, speziell die sogenannte C4-Photosynthese. Ich bin nicht vom Fach, aber ich habe gelesen, dass so eine Art Turbo-Photosynthese, die nur manche bestimmte Pflanzen haben, andere nicht. Und es geht offenbar darum, wie Pflanzen wie Reis, die das nicht haben, eben auch zu dieser Turbo-Photosynthese gebracht werden können, um eben gegen warme Temperaturen, Trockenheit und so weiter nicht so anfällig zu sein. Ja, Herr Professor Westhoff spricht nun über die Herausforderung für die Pflanzenforschung, wie er schon vorhin angekündigt hat. Wir sind gespannt. Ja, meine Damen und Herren, meine Aufgabe wird es heute sein, einen Blick in die Zukunft reinzuwerfen. Wie sieht Landwirtschaft 2050 aus? Nur ganz kurz. Und welche Herausforderung wird das oder kann das oder sollte das für die Pflanzenforschung bedienen oder bedienen? Wir haben ja schon gehört, dass der Green Deal ein großes Thema ist. Das Ziel ist, unser ganzes Wirtschaftssystem, auch das Landwirtschaftssystem nachhaltiger zu gestalten. Und das bedeutet, dass das Agrarsystem eigentlich, dass die Ressourcensysteme ins Auge genommen werden müssen, der Ressourcenverbrauch in den Agrarsystemen. Aber um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, das ist nicht der einzige große Elefant im Raum. Denn wir müssen auch mal im Hinterkopf haben, und ich werde darauf gleich kurz eingehen, dass auch die globalen Klimaveränderungen die Art und Weise Lilialandwirtschaft betreiben oder welche Pflanzen wir anbauen, deutlich verändern werden. Und ganz abgesehen davon, wenn wir den eurozentrischen Blick mal ein bisschen vergessen und in die Welt hineinschauen, dann sollten wir auch nicht die Entwicklung der Weltbevölkerung aus den Augen verlieren. Warum müssen wir an den Ressourcenverbrauch etwas ändern? Und ich habe ein einziges Bild dafür genommen. Ein einziges Bild, das Ihnen in dem kleinen Inlet da oben zeigt, was die Erfolge der ersten grünen Revolution waren, von 1960 bis ungefähr 2000. Da sehen Sie, dass es gelungen ist, die Erträge, um etwa den Faktor 2 zu steigern. Das ist eine ganz immense Menge. Und darauf können wir alle stolz einig sein, wenn auch immer wieder genörgelt wird, was da als ein Nebeneffekt mit einer Rolle spielte. Aber dass wir die Erträge haben steigern können, um Faktor 2, vor allen Dingen von unseren Getreidearten, also Reis, Weizen und so weiter und so fort, das hat sicherlich dafür geführt, dass weniger Hungersnot in der Welt herrschte, als es damals war. Aber jetzt kommt die andere Seite. Wenn wir uns den großen Teil der Folie anschauen, dann sehen wir, dass wir eine zweifache Steigerung der Erträge erkauft haben mit etwa einem siebenfachen Anstieg des Stickstoffdüngers und mit einem siebenfachen Anstieg des Wasserverbrauchs. Wenn wir uns Phosphat, ein ganz wichtiges Nährelement, anschauen, dann ist das etwa 1,7 Mal, also bei den Daumen gepeilt auch zweimal. Damit können wir auf den ersten Blick zufrieden sein. Aber wenn wir im Hinterkopf haben, dass der Phosphatmenge endlich ist und dass wir irgendwann mal kein Phosphat mehr haben oder kein hochwertiges Phosphat mehr haben, und wenn wir uns diesen ziemlich hohen Ressourcenverbrauch auf den Stickstoffdünger und Wasser anschauen, dann ist uns klar, so geht das nicht weiter. Da ist dringender Handlungsbedarf geboren. Gut, jetzt schauen wir uns mal den zweiten Elefanten im Raum an. Das sind die globalen Klimaveränderungen. Und diese globalen Klimaveränderungen, jetzt kann man optimistisch sein oder pessimistisch sein, ich bin ein Hardcore-Naturwissenschaftler, ich versuche immer realistisch zu sein. Und das heißt, die 1,5 Grad Klimatemperaturanstieg werden wir auf jeden Fall reißen. Und ich vermute mal auch, dass wir die 2 Grad Temperaturanstieg reißen könnten werden. Das heißt, wir müssen auf alles gefasst sein. Und was das bedeutet, dass wir mal an diesem kleinen Bild, wo es um den Maisanbau in Afrika geht. Das ist eine Pflanze, die mittlerweile in Afrika eine große Bedeutung spielt. Und da sieht man, das zeigt die grüne Kurve, wenn man optimale Kulturbedingungen hat, das Wasser ist kein Problem, dann sieht man, je höher die Temperatur wird, also ab 24 Grad, über den Daumen gepeilt, dann sieht man, dass die Erträge runtergehen. Und wenn man sich ja noch vorstellt, dass wir unter Wassermangel arbeiten müssen, und das ist ja verknüpft, wenn die Klimasituation so weitergeht wie bisher, dass die hohen Temperaturen automatisch mit Wehen da zur Verfügung stehenden Wasser verknüpft sein werden, dann werden wir mit Ertracksverlusten umzugehen haben. Ja, und der dritte Elefant im Raum, das ist die Weltbevölkerung. Das ist ein Thema, das heutzutage, wie soll ich es sagen, das darf man gar nicht mehr erwähnen, hätte ich fast gesagt. Das wird auch missachtet. Das ist damals in dem Ende der 60er Jahre groß aufs Tapet gebracht worden, als man sich dann beschäftigte, wie die Weltbevölkerung ansteigt. Und jetzt heißt es immer, es ist kein Problem. Es ist in der Tat, haben wir einiges, hat sich einiges getan, der Anstieg der Weltbevölkerung ist in der Tat, geht langsam runter. Aber wenn wir die Projektion uns anschauen, die pessimistische, die optimistische, oder was auch immer, die realistische, dann werden wir in 2050 mit ungefähr 9 Milliarden, sogar 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde zu rechnen haben. Das will ich meine Perspektive setzen. Ich bin 1951 geboren worden und da hat man 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Sie können sich vorstellen, wenn wir heute auch nur 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde hätten, dass wir dann die Probleme, die wir vor uns haben, viel leichter lösen könnten. Aber wir müssen mit 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde rechnen. Nicht nur Europa, aber Afrika wird gewaltig dazu beitragen, dass diese Zahl erreicht wird und auch Asien. Naja, was wäre zu tun? Was ist zu tun, wenn wir diese Problemfelder in ihrer Gesamtheit betrachten? Wenn wir uns nur die Ressourcenverbrauch der Agrarsysteme anschauen, dann ist die Schlussfolgerung, wir müssen den Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren. Das heißt, können wir den Ressourcenverbrauch reduzieren? Also positiv formuliert, können wir den Ressourcenverbrauch effizienter gestalten? Wir müssen darum im Klaren sein, dass das auf den ersten Blick mit Ernteverlusten, mit Ertragsverlusten verbunden sein wird. Über den Daumen gepeilt, die ökologische Landwirtschaft beispielsweise ist, wenn es um die großen Feldfrüchte geht, ist sie ungefähr um 20 Prozent weniger ertragreich als die normale Intensivlandwirtschaft. Wenn wir uns die globalen Klimaveränderungen anschauen, dann sind wir froh, wenn wir froh sein, dass wir die Erträge halten. Die werden vermutlich sinken. Und wenn wir uns die Entwicklung der Weltbevölkerung anschauen und ich will jetzt nicht darüber diskutieren oder ob wir da viel, dann werden wir auf jeden Fall mehr brauchen. Ob wir das Teil davon reinholen können, indem wir weniger verplempern, verschwenden, das sei dahingestellt, aber die Schätzung der FAO, der Food, der Agricultural Organization, der UNO, sagen, so ein Daumen gepeilt, müssten wir eigentlich 1,5-fach die Erträge steigern. Ja, was kann man da tun? Und ich denke, es gibt nur eins, was wir tun könnten und was wir tun sollten. Das ist, dass wir diese ganze komplexe Situation, wo wir eigentlich eine Quadratur des Kreises versuchen, dass wir das ernst nehmen. Und das hier, ich habe den Begriff gewählt, dass wir eigentlich ein Apollo-Projekt für diese angewandten, strategisch ausgerichteten Pflanzenwissenschaften brauchen. Das Apollo-Projekt bedeutet, dass wir uns die Ziele setzen und dann rangehen. Und wie sollten wir rangehen? Und der erste Punkt, den habe ich einmal von dem Wissenschaftsphilosophen Paul Feierabend gewählt. Der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, wieder den Methodenzwang, und das hieß Anything Goes. Das heißt, wir sollten uns keine Denk- und keine Nutzungsverbote hinsichtlich unseres Methodenrepertoires, des Methodenrepertoires, das der Züchter einsetzt, aufbedienen lassen. Das heißt, wenn ich einen Handwerker mir anschaue, der mit einem Werkzeugkasten reinkommt, dann wird der Handwerker auch nicht den Hammer aussortieren wollen, weil man mit dem Hammer auch jemanden ermorden kann oder sich auf die Finger klopfen kann. Das heißt, wir brauchen das gesamte Repertoire auch der modernen Pflanzenzüchtung. Und der zweite Punkt ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen umdenken, dass wir vielleicht nicht uns nur auf diese Hauptfruchtarten konzentrieren, die wir seit 10.000, 15.000 Jahren kennen, sondern dass wir auch überlegen, gibt es da nicht auch, auch für Europa, gibt es da nicht Fruchtsorten, Früchte, Feldfrüchte, die woanders angebaut werden, die sehr gut hier reinpassen würden, die die klimatischen Bedingungen, die wir in 10, 20, 30 Jahren haben werden, oder gibt es die vielleicht sogar Kulturpflanzen, die marginal nur benutzt werden, die man aber entwickeln kann, weil sie unheimlich gute, interessante Eigenschaften haben. Und damit das Ganze nicht so theoretisch bleibt, möchte ich Ihnen das mal in Folge an zwei Folien, an Beispielen eines Systems erläutern. Für Europa. Wenn wir, sagen wir mal, den Fleischverbrauch um 50 Prozent reduzieren wollen, dann brauchen wir Eiweiße. Und wo kriegen wir Eiweiß her? Eiweiß kriegen wir von unseren Hülsenfrüchten. Und da gibt es eine unheimliche Vielfalt von Hülsenfrüchten. Kichererbsen, Gartenbohnen, Erbsen, Linsen, Wicken, Ackerbohnen, Lupinen und so weiter und so fort. Wenn man sich diese Leguminosen anschaut und kombiniert die mit den Getreiden, also Weizen oder Mais, dann kriegt man eine Ernährungssituation, einen Ernährungsbedarf raus oder ein Ernährungsprofil raus, wo die Eiweiße, das gesamte Eiweiß, dieser Mischung, so gut ist die Hühnereiweiß. Hühnereiweiß ist der Standard. Das heißt also, wenn wir jetzt unsere Ernährung umstellen und wenn wir mehr solcher Hülsenfrüchte einbeziehen, dann müssen wir auch ein Programm haben, dass wir diese Hülsenfrüchte auch in reproduzierbarer Art und Weise mit den nötigen Erträgen hier anbauen können und nicht die Sojabohnen immer aus Brasilien, Argentinien oder wo wir sie herbekommen reinholen. Und wenn wir das machen würden, dann hätten wir nicht nur eine gesündere Ernährung, sondern, wir müssen mal salopp formulieren, wir würden auch zwei Pflege mit einer Klappe schlagen. Denn diese Hülsenfrüchte sind fantastische Chemiker. Die haben nämlich in ihren Wurzeln, gehen die nämlich einer Arbeitsgemeinschaft ein, also haben wir einen eigenen Green Deal geschlossen mit Bakterien, diesen Rhizobien. Und die züchten sie oder halten sie in diesen Wurzelknöllchen. Und die haben einen Deal gemacht. Die haben, das heißt, die Wurzelknöllchen, die Bakterien in den Wurzelknöllchen, die sind in der Lage, den molekularen Stickstoff in der Luft herauszuholen und umzumandeln in Ammoniak. Das ist das, was üblicherweise Haber-Bosch gemacht hat. Nur, die machen das nicht bei, weiß ich was, 125 Grad oder 800 Grad, ich weiß nicht genau, wie viele Grad und welche hohen Temperaturen und welche Drücke man braucht, sondern die machen das bei Raumtemperatur. Das sind hervorragende Chemiker. Die schnappen es den molekularen Stickstoff umzumandeln in Ammoniak. Und wenn man diese Früchte also auf dem Feld anbaut, dann hat man einen Nebeneffekt, sondern von die Wurzeln, wo diese Gnöllchen sich befinden, die bleiben in der Regel natürlich im Boden. Und damit werden wir auch dem Boden wieder Stickstoff zuführen. Wir sehen also, wenn man das ganze Landwirtschaftssystem ein bisschen unvoreingenommen natürlich denken wird, dann kann man eine ganze Reihe von Maßnahmen bekommen, ersinnen, die uns helfen, dass wir den Green Deal auf jeden Fall in seinen Grundzügen hinbekommen und nicht irgendwie zu einem Desaster enden. Meine Damen und Herren und damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Hülsenfrüchte als ein Teil der Lösung. Interessant. Ich bin gespannt, was jetzt Frau Professor von Grauf-Schmiesing dem hinzufügen wird, noch an praktischen Beispielen. Frau von Korf hat Biologie studiert in Münster, Oxford und Bayreuth in Bonn promoviert, verschiedene wissenschaftliche Stationen durchlaufen im Bereich der Pflanzengenetik. Mir ist in ihrem Lebenslauf besonders auch ein Aufenthalt in Aleppo, Syrien ins Auge gesprungen. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. Seit 2016 sind Sie Professorin an der Heinrich-Heine- Universität in Düsseldorf und leiten dort das Institut für Pflanzengenetik. Frau von Korf, wir sind gespannt, welche innovativen Ansätze Sie noch für uns jetzt haben in der Pflanzenforschung. Die nächsten zehn Minuten gehören Ihnen. Vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für die Einladung zu dieser spannenden Veranstaltung. Ich möchte eigentlich an Peter Westhoffs Vortrag anknüpfen und Beispiele bringen, wie man genetische Variationen nutzen kann für die Forschung und für die Züchtung von verbesserten oder sogar neuen Getreidesorten, neuen Getreidearten. Das ist das, was Peter Westhoff schon angesprochen hat. Ich möchte jetzt aber nochmal zurückgehen zu dem, was wir haben. Wir kennen tatsächlich etwa 30.000 und essbare Pflanzen. Wir beziehen aber heute 50 Prozent unserer Kalorien von nur drei verschiedenen Getreidearten und das ist der Mais, der Reis und der Weizen. Und das sind einjährige Pflanzen. Das heißt, die werden jedes Jahr neu gesät und damit die Pflanzen sich etablieren können, müssen wir die Felder oder die Felder müssen gepflügt werden, es muss gedüngt werden, es müssen Herbizide ausgebracht werden und das sind Ressourcen, die endlich sind. Und die wir ja nun sozusagen schützen möchten. Und im Gegensatz dazu, und sie sind wenig angepasst an Stress, also Sie sehen hier auf den Bildern, diese Getreidepflanzen wachsen in relativ stark, wie wir sagen, gemanagten Umwelten, das heißt, sie sind von Menschen bearbeitet und verändert. Und im Gegensatz dazu gibt es aber viele Verwandte unserer Getreidearten, die ich Ihnen hier zeige auf den Bildern, die unter wesentlich schwierigeren Bedingungen wachsen, etwa unter Trockenheit und Hitze. Und diese Pflanzen können wir als Blaupause oder als Ressource nutzen für die Pflanzenforschung, das tun wir, aber eben auch für die Züchtung von verbesserten Nutzpflanzen, von neuen Nutzpflanzen, könnte man sogar sagen. Das heißt, heute möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben aus unserer eigenen Forschung, wie wir genetische Diversität als Ressource nutzen, einmal für die Anpassung von Nutzpflanzen an den Klimawandel und hier besonders die Anpassung an Hitze, ich denke, das kann heute jeder nachvollziehen, wie wichtig das ist, und für neue Getreidearten, das ist so die Forderung auch von Peter Westhoff, mehr Diversität auf dem Acker und hier möchte ich ein Beispiel geben für mehrjährige Getreide, im Gegensatz zu den Hauptgetreiden, die wir haben heute, die einjährig sind. Was uns in unserer Forschung besonders interessiert, ist, wie kommt eigentlich Ertrag zustande, also wie entwickelt sich eine Ehre, und was Sie hier sehen, wir forschen an Gerste, ist eine typische Gersten-Ehre, wie sie im besten Falle auf dem Feld steht, wenn sie reif ist, und was bestimmt denn, wie viele Körner hier ausgebildet werden, und das wird einmal bestimmt dadurch, wie sich die sozusagen Baby-Ehre, das ist das Ehren-Mehre-System entwickelt, und wie viele kleine Blütchen hier angelegt werden, und dann wird es dadurch bestimmt, inwieweit jedes Blütchen in der Lage ist, eine fruchtbare Blüte zu bilden, Sie sehen hier die Inneneinsicht einer solchen Gerstenblüte, die tatsächlich ja sehr unscheinbar sind, wahrscheinlich haben wenige von Ihnen sich solche Gerstenblüten mal genau angeschaut, Sie sehen hier die drei Staubbeutel und den Fruchtknoten, und die Anzahl dieser angelegten Blütchen, und die Fähigkeit dieser Ehre, fertile, also fruchtbare Blütchen auszubilden, bestimmt dann, wie viele Körner wir hier an der Ehre haben, und wenn Sie, wie gesagt, durch die Felder gehen, dann sehen Sie im besten Fall für unseren, in unseren Breiten solche Ehren in großen Mengen auf den Feldern stehen. In den letzten Jahren kann es aber durchaus vorgekommen sein, dass Sie solche Ehren gesehen haben, und das sind Ehren, wie sie aussehen, wenn die Pflanzen gestresst sind, also wenn zum Beispiel es zu warm war, oder sie kein, nicht ausreichend Wasser zur Verfügung hatten, Sie sehen hier, das sind tatsächlich nur ein oder drei Körner ausgebildet. Und was wir jetzt gemacht haben, Gersten sind sehr weit verbreitet, es gibt eine große Diversität, und wir haben uns eine Kollektion von diversen Gersten angeschaut, die im Wesentlichen aus Regionen stammen, wo es besonders heiß und besonders trocken ist, und haben diese verglichen mit unseren Gersten aus Europa, die eben typischerweise oder traditionell nicht angepasst sind an sehr heiße oder trockene Standorte. Und um zu verstehen, welchen Einfluss Hitze hat, und alle anderen Faktoren ausschließen zu können, haben wir uns diese diversen Linien angeguckt, unter kontrollierten Bedingungen, entweder unter hohen Temperaturen, 28 Grad, also nicht mal so heiß, wie wir es heute haben, oder was wir als Kontrolltemperaturen bezeichnen, das sind 20 Grad und 16 Grad in der Nacht. Und dann schauen wir uns an, welche Unterschiede es in der Ehrenentwicklung gibt, und konkret haben wir nach solchen Linien gesucht, die unter diesen hohen Temperaturbedingungen immer noch viele Körner ausbilden können. Und dann können wir diese Linien auch genetisch untersuchen, das heißt, wir können genetische Unterschiede zwischen den Linien, etwa durch Sequenzierung bestimmen und können dann diese Daten über Veränderungen oder Unterschiede in der Ehrenentwicklung unter Hitze statistisch korrelieren mit Unterschieden in der Genetik. Ich will da nicht so ins Detail gehen, aber mit diesem Ansatz können wir im Genom Gene identifizieren oder Genvarianten identifizieren, die einen Einfluss haben auf die Ehrenentwicklung unter Hitze. Wir können uns aber auch diese Linien, die besonders gut sich entwickeln, nutzen und die mit unseren Hochleistungssorten, wie wir sie nennen, kreuzen. Ich habe versucht, das hier darzustellen. Sie sehen hier eine dargestellt, also systematisch dargestellt, eine Hochleistungssorte, die kreuzen wir mit einer Linie aus dem Nahen Osten und und versuchen und versuchen damit diese Genvariante, von der wir wissen, dass sie gut ist für die Ehrenentwicklung unter Hitze, einzukreuzen in unsere Hochleistungssorten. Mit dieser Kreuzung bringen wir aber natürlich auch ganz viele andere Gene mit rein, die unter Umständen negative Effekte haben auf den Ertrag. Das heißt, wir müssen über viele Generationen zurückkreuzen, um sukzessive den Anteil an Genen aus dieser exotischen Landrasse zu reduzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir diese Genvariante, die wir uns ausgesucht haben, immer weiter mitzunehmen. Und das ist, wie Sie wahrscheinlich erkennen können, ich habe das jetzt über drei Generationen, tatsächlich macht man das über viele fünf, sechs, sieben Generationen, das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, der dann im besten Falle erfolgreich ist, sodass wir am Ende eine Hochleistungslinie haben, die dann nur noch diese Genvariante aus der Landrasse trägt. Und wir haben das gemacht, ich zeige Ihnen, dass hier, hier sehen Sie nochmal unsere Hochleistungslinie unter Kontroll- und Hitzebedingungen, also mit einem sehr traurigen Kornertrag und diese selbe Linie mit dieser Genvariante eingekreuzt, kann dann tatsächlich Unterhitze wesentlich besser Körner bilden, das kann man auch quantifizieren, die Fruchtbarkeit quantifizieren und wir sehen hier, dass diese sogenannte Intugressionslinie, diese Rückkreuzungslinie wesentlich besser Körner bildet, hier unter hohen Temperaturen als die ursprüngliche Linie. Das sind natürlich alles Experimente, die wir im Labor, das heißt in kontrollierten Bedingungen durchführen. Und es ist ganz klar, dass solche Linien dann verifiziert werden müssen. Das tun wir mit Partnern. hier ist ein Bild aus Palästina, wo die tatsächlich unter sehr extremen Bedingungen angebaut werden, sogar mit Bewässerung teilweise, um zu verifizieren, dass unter wirklichen Feldbedingungen diese Genvarianten dann vorteilhaft sind für den Ertrag. Das ist das eine Beispiel. Das andere, was ich kurz vorstellen möchte, ich hatte gesagt, unsere Hauptgetreide sind einjährig, ist die Generierung von mehrjährigen Getreiden, für uns interessant, mehrjährige Gerste, aber tatsächlich werden mehrjährige Getreide gezüchtet, entweder durch was wir De novo Domestikation nennen, das heißt wilde Gräser, mehrjährige Gräser werden einem Selektionsprozess unterzogen oder aber durch die Kreuzung von einjährigen Kulturpflanzen, also etwa unseren Hochleistungssorten mit mehrjährigen Arten. Die Kreuzung zwischen Arten und die Selektion von Wildgräsern ist allerdings sehr langwierig und schwierig. Das heißt, wir schlagen einen anderen Weg vor, und zwar den Weg, dass wir die genetischen Ressourcen, die wir haben, nutzen, um die genetischen Unterschiede, die den Unterschied zwischen ein- und die Mehrjährigkeit ausmachen, zu detektieren und diese dann ganz gezielt zu übertragen, entweder durch was wir Marker Assisted Selection, also Marker gestützte Selektion bezeichnen, oder aber durch die gezielte Genomeditierung. Ich versuche das hier darzustellen, sehen, das ist hier so eine Hochleistungssorte, das wäre jetzt eine wilde. Tatsächlich sind die Kreuzungen möglich, aber sehr schwierig und oft nicht vertil. Und wenn wir nun eine Genvariante kennen und die mithilfe von Genomeditierung hier in unserer Hochleistungssorte modifizieren, dann haben wir in einem Schritt ohne viele Generationen der Rückkreuzung potenziell eine Hochleistungssorte, die mehrjährig ist. Das klingt einfacher, als es ist natürlich. Zunächst müssen wir die genetischen Unterschiede identifizieren und dann ist es tatsächlich auch so, dass es Korrelationen gibt, und zwar negative, zwischen dem Ertrag und der Lebensdauer in vielen Mehrjährigen und das sind mechanistische Zusammenhänge, die wir auch entschlüsseln müssen, um dann mehrjährige Pflanzen zu generieren, die auch einen hohen Ertrag erzeugen. Warum sind die Mehrjährigen eigentlich so gut oder was sind die Vorteile von Mehrjährigen Pflanzen? Sie sehen hier dargestellt sozusagen eine Saison von Einjährigen und Mehrjährigen Getreide und es ist ganz klar zu erkennen, dass schon im Herbst diese Mehrjährigen einen Vorteil haben, denn sie werden nicht neu gesät, sondern sie sind etabliert, sie können ein tiefes Wurzelwerk ausbilden und das reduziert Bodenerosion, denn es gibt keine Brachen mehr. Diese Pflanzen kommen wesentlich besser an Wasser, an Nährstoffe, das bedeutet, man kann diese Ressourcen schonen und einsparen und es ist ein reduzierter Herbizideinsatz möglich. Sind das jetzt Visionen oder ist das was, was es schon gibt? Es ist tatsächlich keine Vision, also teilweise, aber nicht nur, denn es gibt bereits mehrjährige Getreide, wir zeigen hier den mehrjährigen Reis und den mehrjährigen Weizen, das heißt, das sind Sorten, die schon angebaut werden, erfolgreich, besonders erfolgreich hier der Reis, Sie können sich vorstellen, wie viel Arbeit man auch spart und Einsatz, wenn man nicht jedes Jahr wieder die Reispflanzen in dem Wasser pflanzen muss. Die Züchtung dieser Sorten hat etwa 20 bis 30 Jahre gedauert, das ist sicher nicht was, was einen schnellen Wandel bringt, das heißt, wir brauchen neue Methoden, nach Peter West aus dem Antra Anything Goes, wir brauchen neue Methoden, die uns ermöglichen, Diversität, aber auch vielleicht ganz neue Getreidesorten auf die Äcker zu bringen. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, natürlich, wenn wir ganz neue Getreide, wie hier zum Beispiel mehrjährige anpflanzen, dann müssen wir auch die Art der Landwirtschaft ändern. Das Management muss geändert werden. Das heißt, das ist ähnlich wie im Vorsprecher, es reicht nicht, eine Sache zu ändern, es muss ein ganzes Paket an Maßnahmen sein, die aufeinander abgestimmt sind, damit solche Maßnahmen am Ende erfolgreich sind. Und ja, damit bin ich am Ende und gebe zurück. Ja, vielen Dank, Frau von Korff. Da bin ich ganz gespannt, was vor allem der Herr Petro dazu sagt, eine neue Art der Landwirtschaft, aber dazu kommen wir später. Wir kommen jetzt erst noch mal zu dem letzten, etwas ausführlicheren Impulsvortrag, den wird nun Dr. Klaus Kunst halten. Er hat den offiziellen Titel Head of Sustainability and Business Stewardship Crop Science der Bayer AG. Bayer AG will dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen in den großen Agrarmärkten pro Kilogramm Ernteertrag um jeweils 30% zu reduzieren und so auch eine klimaneutrale Landwirtschaft voranzutreiben. Und die Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel soll ebenfalls um 30% reduziert werden. Das sind so die eigenen Ziele, zu denen wir vielleicht gleich ein bisschen mehr hören. Wenn man Bayer verwendet in der Öffentlichkeit, dann schwingt auch, denke ich, immer der Begriff oder das Unternehmen Monsanto mit, wegen dem Bayer in Deutschland in der Öffentlichkeit noch immer in der Kritik steht. Viele juristische Verfahren sind da noch nicht geklärt. Diesem Spannungsfeld bewegt sich Bayer, glaube ich, derzeit. Also einerseits große Innovationen, andererseits ein bisschen Probleme mit dem Image an dieser Stelle. Herr Kunz, jetzt kommt der Green Deal noch ins Spiel. Ist das eine Chance oder eine Bedrohung für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens? Vielen Dank für die sehr nette Einführung. Schön groß, dass mein Homeoffice, in dem gefühlt die ersten Gegenstände zu schmelzen beginnt, mich eingeschlossen. Ich freue mich trotzdem, dass ich heute dabei sein kann. Ich habe die Folien mal weggelassen. Wir haben schon sehr viele, sehr gute Folien gesehen und auch sehr schöne Beiträge gesehen, die eigentlich die Frage auch schon vorbeantworten, ob der Green Deal jetzt nur Risiken bringt oder ob er auch Chancen bringt, weil ganz offensichtlich werden ja neue Produkte gebraucht. Und Herr Heidelbach hat das ja ausgeführt am Anfang. Es gibt viele Bereiche im Green Deal, der Bereich im Klimavertrag, wo man Carbon Farming unterstützen will, wo man also klimafreundliche Landwirtschaft unterstützen und vorantreiben will, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie die Landwirtschaft sich umgestalten muss. Die Farm-to-Fork-Strategie hat einen ganz erheblichen Einfluss, nicht nur für die Bauern, auch für uns als produzierende Firma, die hier die Inputs liefert, wenn man sagt, wir wollen Pflanzenschutzmittel signifikant reduzieren. Ich finde es immer interessant, dass das Wort dabei steht, chemische Pflanzenschutzmittel signifikant reduzieren. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück unter dem Gesamt Zusammenhang Anything Goes, dass man auch sagt, man will maximale Rückstände in der Nahrung reduzieren von Chemie und natürlich auch, dass man die Biolandwirtschaft stärken will. All das wird natürlich auch unsere Geschäftsmodelle beeinflussen und auch natürlich die Ziele im Bereich Naturschutz, Biodiversität zur Landschaftsgestaltung, Landschaftserhaltung oder auch Landschaftsrenaturierung. Jetzt kommt aber überraschenderweise nicht von meiner Stelle, dass wir das erstmal als sehr schlimme Bedrohung empfinden, sondern ich hole ganz kurz aus, und zwar genau in dem Jahr, als Bayer Monsanto übernommen hat, hat sich unser Vorstand aber auch hingesetzt und hat gesagt, wir wollen unsere Geschäftsstrategie umgestalten und zwar dahingehend signifikant umgestalten, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft im Kern der Geschäftsstrategie verankert sehen wollen und nicht mehr als Randthema, was durch einzelne Projekte möglicherweise bedient wird, sondern wir wollen in der Zukunft, dass Produktentwicklung und Geschäftsentscheidung auch an Nachhaltigkeitskriterien flächendeckend gekoppelt sind. Und dann habe ich die spannende Aufgabe gekriegt, mit einigen Kollegen so einen Rahmen zu stecken und da sind mir jetzt schon einige Pointen vorweggenommen worden. Wir haben tatsächlich genau das Gleiche herausgefunden 2018, was Herr Heidelbach und der Herr Westhoff auch schon gesagt haben. Wir haben hier die Quadratur des Kreises zu machen. Wir müssen weiterhin mehr produzieren, also wir müssen weiterhin Erträge steigern und zwar Erträge vor allem vor dem Hintergrund steigern, dass wir ja nicht noch mehr Land, Natur in Agrarland konvertieren wollen. Also müssen wir von dem, was wir haben, tatsächlich immer noch mehr Ertrag runterholen, aber wir müssen gleichzeitig den Naturschutz stärken. Beides gleichzeitig und das klingt fast paradox, weil man denkt intuitiv, wenn man von dem einen mehr macht, muss man von dem anderen weniger machen. Und genau vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir fangen mal damit an bei uns selber. Wir werden vieles über Partnerschaften machen müssen, aber was wir selber machen können, ist zum Beispiel die Umweltbelastung durch unsere Pflanzenschutzmittel weiterhin zurückzufahren. Und ich bitte kurz anzuerkennen, dass wir immerhin auch aussprechen, dass natürlich Pflanzenschutzmittel eine Umweltbelastung darstellen und für uns ist wichtig, dass wir die weiter zurückfahren und dass wir auch gleichzeitig die Klimagasemissionen auf den Feldern unserer Kunden, unserer Bauern signifikant zurückfahren. Das, was wir im Bereich Ernährungssicherung gemacht haben, ist, einen stärkeren Fokus zu legen auf Afrika und auf Asien. Eine breite Unterstützung sozusagen für Kleinbauern, 100 Millionen Kleinbauern in den Ländern unterstützen, damit wir auch nicht nur da produzieren helfen, wo es eigentlich schon genug gibt, sondern vor allem auch da produzieren helfen, wo die Defizite sind. Das waren die drei Rahmenbedingungen und die haben sich erfreulicherweise in unserer Firma mittlerweile in alle Ecken des Geschäfts einbauen lassen. Und ich gebe Ihnen jetzt zwei Beispiele ganz schnell, wie sich das tatsächlich mit dem Geschäft verbinden lässt und wie das am Ende überhaupt kein Widerspruch ist, sondern tatsächlich eine, auch eine kreative und innovative Art von neuen Geschäftsmodell Ausbildung befördern kann. Im Bereich Klima haben wir es relativ schnell geschafft, innerhalb kurzer Zeit zu sagen, wir müssen Bauern in den großen monetären Fluss, der gerade einsetzt, einbinden oder versuchen einzubinden, weil ja sehr viele Firmen, Bayer ist eine davon, aber wenn wir jetzt an Luftfahrtunternehmen denken oder andere, dann wird es noch viel deutlicher. Alle Firmen sagen zu, heute klimaneutral sein zu wollen, werden zu wollen und müssen natürlich aber trotzdem ihre stetigen Emissionen in irgendeiner Weise ausgleichen. Und Bauern können natürlich hier nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung sein. Bauern bauen Pflanzen an, pflanzen hohen CO2 aus der Luft und die Frage, die wir uns gestellt haben, schaffen wir es als Bayer, uns in dem Bereich zu engagieren, dass Bauern, die besonders klimafreundlich wirtschaften, die bestimmte Protokolle beachten, natürlich Gründüngung haben, Konservierungstechniken verwenden, die einfach diese bestimmten Technologien verwenden, die nach bestimmten Zertifizierungs- und Verifizierungsmechanismen auch anerkannt sind, können die solche Carbon Credits produzieren und tatsächlich außer der Nahrung, die sie produzieren, auch das CO2, das sie in den Boden holen, in Wert umsetzen. Weil wenn wir den Bauern keine Wertschöpfung erlauben für das, was wir von ihnen erwarten, dann können wir auch nicht erwarten, dass sie es adaptieren. Das ist irgendwie, glaube ich, nachvollziehbar. Und wir haben die ersten Piloten bereits in Amerika draußen, sowohl in den USA als auch in Brasilien, sind jetzt dabei zu überlegen, wie wir das in Europa schaffen können. Ganz wichtig, wir sehen, dass das Umfeld ein anderes ist, gibt es andere Rahmenbedingungen für den freien Handel von solchen Zertifikaten, wie stark treibt die Regulierung ein. Aber es gibt auch einen zweiten Wertschöpfungspfad in dem Bereich. Ich glaube, dass ja nicht nur wir und viele andere große Firmen in Zukunft Wert auf ihre Klimaneutralität legen werden müssen, sondern auch zum Beispiel die Nahrungsmittelkonzerne. Und für die Nahrungsmittelkonzerne sind ja die Bauern Supply Chain. Das heißt, auch da wird es einen zunehmenden Zwang geben, drauf zu schauen, wie die Bauern produzieren. Und da wollen wir den Bauern helfen, praktisch die Produkte so zu machen, dass sie auch in die Klimabilanz der Nahrungsmittelkonzerne reinpassen. Also es gibt hier vielfältige Möglichkeiten, die es vor zehn Jahren so noch gar nicht gab, um Bauern nicht nur dabei zu helfen, klimafreundlicher zu produzieren, sondern sie dafür auch noch zu belohnen. Und dann gibt es noch Beispiele aus Asien, die finde ich persönlich auch sehr spannend. Wir haben gerade ein Bild vom Reis gesehen. Reis, gerade der Petty Rice ist ein sehr spannendes Beispiel, weil der Petty Rice Unsummen an Methan freisetzt in der Wasserphase. Da gibt es die Möglichkeit, in Trockenreis oder auch in andere Kulturen überzugehen. Gibt es immer einen Trade-off dabei. Der Petty Rice hat enormen Wasserverbrauch und eben diese enorme Freisetzung von Methan, also als Treibhausgas. Wenn man da rausgeht und in Trockenreis reingehen würde, dann würde man aber auch die herbizide Funktion des Wassers verlieren. Man würde möglicherweise mehr herbizide applizieren, als man das beim Petty Rice gemacht hat, also beim Nassreis. Für mich ist es wichtig, Anything Goes erstmal offen zu diskutieren und versuchen, mit gleichen Maßstäben zu beurteilen, was ist das präferierte System und welche Effekte sind die wichtigsten, die es zu fördern gilt. Das andere Thema ganz schnell angerissen. Wir haben gesagt, wir wollen die Belastung durch Pflanzenschutzmittel reduzieren. Das ist eine ganz feine Nuance im Unterschied zu, wir wollen Pflanzenschutzmittel reduzieren. Das geht natürlich irgendwo Hand in Hand. Für uns ist aber wichtig, dass man auch hinschaut und nicht pauschal sagt, es müssen 50 Prozent weniger Tonnen sein, sondern dass man wirklich am Ende auch bei einer deutlich niedrigeren Belastung rauskommt. Das heißt, dass die Pflanzenschutzmittel bevorzugt verwendet werden, die eben mit niedrigeren Belastung einherkommen und die Pflanzenschutzmittel bevorzugt aussortiert werden, die mit einer höheren Belastung einherkommen. Und das ist leicht gesagt, aber Umweltbelastung mal eben zu quantifizieren, ist natürlich wahnsinnig schwer, weil wir in einem sehr, sehr multifaktoriellen Raum unterwegs sind. Wir haben da sehr intensiv mit der Universität von Dänemark und anderen Universitäten zusammengearbeitet, sorgfältig geachtet, auf das nie Bayer-Modelle benutzt werden, manchmal Bayer-Daten benutzt werden und haben versucht zu lernen, nach welchen Gesichtspunkten und nach welchen Modellen könnten wir denn die Umweltbelastung von unserem Portfolio holistisch bestimmen und messen und haben da die ersten Ergebnisse, die sind sehr spannend für uns. Wir wissen also, wo wir ansetzen können, um weiter Umweltbelastung durch Bayer-Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Wir sehen allerdings auch, dass wir sehr viele Maßnahmen in den letzten Jahren getroffen haben, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir schon relativ weit sind, dass wir schon relativ viele Wirkstoffe im Portfolio haben, die eine relativ niedrige Belastung haben, was ehrlich gesagt, und deswegen war die Einführung schon auch sehr wichtig, recht stark im Kontrast steht zu der aktuellen Wahrnehmung von unserem Pflanzenschutzmittelportfolio, aber das ist ein Pfad, den wir gerne weitergehen wollen und dann komme ich wieder zu Anything Goes. Für uns ist wichtig, dass man das Messbesteck oder die Tools, die es gibt, versucht, nebeneinander auf den Tisch zu legen, dass man die Dinge versucht, mit gleichen Maßstäben zu beurteilen und da komme ich nochmal ganz kurz darauf zurück. Das ist für mich als Chemiker vielleicht auch besonders schwierig nachzuvollziehen. Vielleicht habe ich da auch eine emotionale Barriere. Für mich erschließt sich zunächst mal nicht, warum ein Wirkstoff dadurch schon schlecht ist, dass er synthetisch aus dem Labor kommt und nicht aus einer Pflanze extrahiert wurde. Für mich wäre eigentlich immer viel wichtiger, dass wir in eine Diskussion reinkommen, dass wir die Mittel, die eingesetzt werden, eigentlich nur beurteilen hinsichtlich ihrer Wirkung und nicht so sehr hinsichtlich ihrer Herkunft. Insofern aber auch als Ausblick für den Pflanzenschutz. Wir sind auf dem Weg, das Portfolio zu haben, was wir glauben, was man in der Zukunft braucht. Ganz ohne geht es nicht. Wir sehen natürlich nochmal eine große Möglichkeit durch digitale Präzisionsapplikationen und durch die neuen Züchtungsmethoden und durch neue Pflanzen, die Belastung durch Pflanzenschutzmittel noch weiter zurückzufahren und Bayer will dabei sein. Und damit möchte ich an der Stelle schließen und freue mich sehr auf die Diskussion später. Herzlichen Dank. Genau, wir machen weiter jetzt noch schnell mit zwei Kurzstatements. Das ist jetzt ein bisschen unfair. Sie bekommen jetzt nur noch ein bis zwei Minuten, dann starten wir in die Debatte, aber da kommen Sie dann noch etwas länger zu Wort. Zuerst Dr. Nathalie Leibach, sie ist Biologin der Universität Bonn, ist da tätig im Bereich Nachhaltigkeitsforschung. Jetzt heute hier dabei ist sie besonders, weil sie aber Vorstand des ökoprogressiven Netzwerks ist. Ökoprogressiv, ich sage es mal so ein bisschen mit meinen eigenen Worten, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet eigentlich, dass man, ja, das Gegenteil ist von ökoreaktionär, also nicht annimmt, dass man in der Vergangenheit mal eine heile Welt hatte, in der Landwirte nachhaltig produziert haben und für alle genug da war, sondern vielmehr die Ansicht, dass wir nur mit neuen Technologien und auch Fortschritt eben in eine wirklich nachhaltige Welt im Bereich der Lebensmittel und des Agrarsektors hineinbekommen. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, Frau Dr. Leibach. Ich bin jetzt gespannt auf Ihre Kurzeinschätzung zur modernen Pflanzenforschung. Vielen Dank. Genau, ich werde das, das passt eigentlich mal ganz gut. Ich werde das einfach nochmal ein bisschen breiter vielleicht umreißen. Genau. Und dementsprechend ist es im Grunde so, dass wir verstehen unter Ökoprogressivismus, dass es eine ökologisch verträgliche Lebensweise, die auch die Bedürfnisse aller Menschen zufriedenstellt, in der Vergangenheit so nie existiert hat. Und die Denkmuster und Technologien von damals genügen dann eben nicht, um uns einen nachhaltigen Weg in die Zukunft zu ebnen. Und das heißt, nur die Weiterentwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie unter evidenzbasierten Nachhaltigkeitskriterien können uns eben an diesen Punkt bringen, dass unsere planetaren Grenzen eingehalten werden und gleichzeitig die Bedürfnisse aller Menschen gleichermaßen sichergestellt werden. So gesehen könnte aus unserer Sicht theoretisch Ökoprogressivismus eine gute Grundlage für den Green Deal sein. Das ist aber nur eingeschränkt der Fall. Warum ist das so? Na ja, erstens, das Furstenverbrauch soll im Green Deal entkoppelt werden vom Wirtschaftswachstum der EU. Und das soll zum Beispiel mit neuen Technologien gehen. Da gibt es aber auch ein paar kritische Stimmen aus der Wissenschaft, die in Frage stellen, ob Wachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt überhaupt vollständig entkoppelt werden kann und Klimaziele von 1,5 Grad oder 2 Grad Erwärmung überhaupt so erreicht werden können. Ich bin da überhaupt nicht gegen die Nutzung und Entwicklung von neuen Technologien. Im Gegenteil, Technologie und Offenheit ist wichtig. Aber Wohlstand und Wachstum muss eigentlich losgelöst von Forschung und Technologie diskutiert werden, wobei Technologie hier nicht als Feigenblatt für die gesellschaftliche Debatte benutzt werden darf. Und zweitens, die Ziele der Farm-to-Folk-Strategie zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, Schutz der Biodiversität und so weiter, beziehen sich in erster Linie auf EU-interne Ziele. Aber machen wir uns nichts vor, die EU ist einer der größten Importeure von Biomasse und mitverantwortlich für die massive Reduktion der Regenwaldfläche zum Beispiel. Und drittens, die Aufrechterhaltung der klaren Trennung von ökologischem Landbau und konventionellen Strategien sowie die Zurückhaltung in der Forschung neuer Technologien hindert meines Erachtens so ein bisschen die Weiterentwicklung einer sogenannten Climate Smart Agriculture, was ein total spannendes Konzept ist, was von der FAO zum Beispiel kommt. Genau, dann bin ich eigentlich fertig mit meinem Statement. Okay, ja, vielen Dank. Da bin ich gespannt, was Herr Heidelbach später dazu sagen wird. Wir kommen jetzt noch kurz zu einem Mann, der all jene Vertritt, ohne die das, worüber wir sprechen, eigentlich nur reine Theorie wäre, nämlich Hubertus Peto. Er vertritt die Landwirte, ist nämlich Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Er stammt aus Schleswig-Holstein, ist studierter Agrarwissenschaftler. Und wenn ich das richtig sehe, bewirtschaften Sie einen Betrieb mit Schwerpunkten Ackerbau und Saatguterzeugung in Mecklenburg-Vorpommern heute. Wir sind also selbst auch an der Praxis tätig. Herr Peto, Sie haben das Wort. Vielen, vielen Dank, Herr Pennekamp. Vielen Dank an alle, die dafür gesorgt haben, dass ich heute hier die Landwirte vertreten kann, tue ich sehr gerne. Ich nehme den Punkt auf von Ihnen, Herr Pennekamp. Es hat in den letzten Jahren ein Umdenken in dem Bereich, was heißt eigentlich nachhaltige Entwicklung eines Ernährungssystems gegeben. Früher hat man gedacht, das drücken wir mal den Landwirten auf, die werden es dann schon machen müssen und dann wird das auch funktionieren. Ich denke, inzwischen hat sich schon breit in der Gesellschaft durchgesetzt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, nachhaltiges Ernährungssystem. Und insofern erfordert es Zusammenarbeit über die ganze Kette bis hin zum Verbraucher. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Wir als Landwirte in der Weiterentwicklung und überhaupt Entwicklung unserer Produktionsverfahren hatten eben in der Vergangenheit, und Frau Leibach ging da gerade darauf ein, ja eigentlich nur die Ertragsfunktion vor Augen. Und auf der linken Seite des Leierzeichen der Ertragsfunktion steht die Tonne Ertrag. Wir haben ein bisschen Erfahrung damit, dass das nicht alles ist. Wir haben über Fruchtfolgen viel geforscht und auch Bodenfruchtbarkeit ist ein Thema, das lässt sich nicht in einjährigen Ertragsfunktionen, in der Stickstoffertragsfunktion abbilden. Insofern sind wir, glaube ich, als Landwirte schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir in Zukunft größer in den Systemen, in den Produktionssystemen denken müssen. Und damit komme ich zu dem, was in den beiden wissenschaftlichen Vorträgen auch schon angeklungen ist. Wir brauchen für die Erfüllung der Ziele des Green Deal komplett neue Produktionssysteme. Bei Frau von Korff ist das besonders deutlich geworden. Ich denke, wir werden Verfahren sehen, Stichworte Agroforce, Stichworte peronierende Kulturen, Stichworte auch ganz andere Schlagstrukturen, also Streifenlandwirtschaft, die mit unseren bisherigen Werkzeugen nur schwierig durchzuführen sind. Und deshalb brauchen wir, und damit bin ich bei dem Statement von Herrn Westhoff, einen ganz, ganz breiten Werkzeugkasten. Der darf in keiner Schublade vorher irgendwie beschränkt werden, weil wir, und das sage ich Pflanzenzüchtern ja, damit trage ich auch nach Olten. Was ist Fortschritt? Das ist das Herstellen von Variationen und danach das Selektieren der entsprechend vernünftigen Lösungen für die Ziele. Wir brauchen die ganze Breite der denkbaren Variation und zwar nicht nur bei den Pflanzenarten, sondern eben auch bei den kompletten Produktionsverfahren. Und dann müssen wir als Selektionskriterium den Markt zulassen. Und zwar muss der Markt dann nicht nur die Tonne Ertrag in seine Gleichung mit einbeziehen, sondern auch den Nachhaltigkeitsfußabdruck der jeweiligen Produkte. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir eine angewandte Forschung, die ja interdisziplinär ist. Das heißt, die alle potenziellen Wissensbeiträge eines Produktionssystems beinhaltet. Und wir brauchen als Selektionskriterium den Markt. Herr Kunz, wir brauchen die Unternehmen vor- und nachgelagert, die als Selekteure dann sagen, das Verfahren, das trägt sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Und deshalb entwickeln wir das weiter. Das soll es von mir erst mal genügen. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt einen ganz fließenden Übergang zur Podiumsdiskussion. Die hat hiermit jetzt eigentlich schon begonnen. Wie gesagt, ich werde jetzt mit den ersten Fragen an die Panelistinnen und Panelisten beginnen. Es sind alle für Fragen verfügbar hier auf dem Podium, außer der Herr Professor Westhoff. Also schreiben Sie jetzt fleißig Ihre Fragen in den Chat. Wir werden nicht lange warten, die dann hier auch einzuspeisen. Die erste Frage aber erst noch mal an Sie, Herr Pelto. Als ich eben den Vortrag von Herrn Heidelbach gehört habe und auch danach, ich habe mich ein bisschen in die Rolle der Landwirte versetzt und habe gedacht, also sie sollen jetzt mit weniger Ressourcen unter schwierigen Bedingungen mehr produzieren. Sie sollen nachhaltige Produkte herstellen, die dann auch noch günstiger sind als alle anderen konventionellen. Ist das für Sie realistisch, was da gesagt wird? Muss man sich da auch in Brüssel ausdenken? Oder ist das für Sie, wenn Sie das sehen, manchmal denken Sie, das hat mit unserer Praxis nichts mehr zu tun, das können wir gar nicht erfüllen? Ja, das ist die Frage, Herr Pennekamp, wie wir da die Befehlskette sehen. Also ich finde es immer putzig, wenn gesagt wird, ja, die Landwirte müssen. Dahinter steht eine Einheitsfiktion, die es so nicht gibt. Also Sie können nicht sagen, die Landwirte müssen jetzt mehr produzieren. Sie können politisch und ökonomisch Rahmenbedingungen schaffen, die die Landwirte in die Lage versetzen und dazu motivieren, mehr und nachhaltiger zu produzieren. Mit Sagen ist das nicht getan. Und auch das Ordnungsrecht, das muss man mal ganz ehrlich sagen, stößt dann da an seine Grenzen. Landwirte sind Unternehmer, die bewegen sich innerhalb ihrer Grenzen, gehen aber auch immer an diese dran. Und sie bemühen sich natürlich, den Fortschritt dann immer im Sinne der strategisch günstigen Weiterentwicklung ihrer Unternehmen zu nutzen. Und da habe ich überhaupt keine Sorgen, dass wenn wir eine entsprechende Variabilität an fortschrittlichen Produktionstechniken haben, dass die Landwirte die dann auch einsetzen werden, wenn denn die Rahmenbedingungen stemmen. Und ich bin, wenn man mal die letzten 150 Jahre Agrikulturgeschichte Revue passieren lässt, was gibt uns eigentlich die Sicherheit, dass diese Dynamik jetzt auf einmal Anfang des 21. Jahrhunderts aufhören soll. Ich denke mal, da wollen wir mal optimistisch sein. Vielleicht noch mal ganz kurz anknüpfend daran, aber wir wollen ja in Deutschland 2045, in der EU 2050 klimaneutral sein. Hier wurden jetzt ein paar Dinge schon präsentiert, die zu einem Umbau der Landwirtschaft auch führen würden. Also neue Pflanzen, mehrjährige Pflanzen. Ich stelle mir vor, sie bräuchten dann oder viele Landwirte bräuchten dann auch ganz neue Maschinen beispielsweise, ganz neue Produktionstechniken, um damit klarzukommen. Das sind ja aber Investitionszyklen. Da reden wir jetzt nicht von ein, zwei Jahren, sondern die müssen sich über Jahrzehnte rentieren. Ist dieser Horizont, das Green Deal überhaupt realistisch? Also wenn es eine Branche gibt, die sich mit langfristigen Investitionszyklen auskennt, dann ist das die Landwirtschaft. Wenn ich heute Grund und Boden kaufe, dann werde ich den in zwei Generationen nicht abschreiben können. Und insofern habe ich da tatsächlich Vertrauen, dass das gelingen wird, dass die Politik Wege findet, wie man diese Transformation so begleitet, dass die Landwirte dann auch tatsächlich investieren. Ich will einmal eine Sache noch zum Bereich Klimaneutralität sagen. Also das, da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen, dass wir die Sachen richtig sortiert kriegen. Dass in unserem Produkt, was am Ende Nahrungsmittel wird, gebundene CO2, hat mit Klimaneutralität im Sinne von Kompensation zum Beispiel für andere Unternehmen ja wenig zu tun. Herr Kunst, wir wissen, dass da komischerweise international ganz andere Bilanzierungsmethoden herangezogen werden. Wenn wir als Landwirte zur Treibhausgasreduktion beitragen wollen, dann können wir das nur, wenn wir dauerhaft Kohlenstoff binden. Das geht im Boden, das geht in Grenzen, im Humus, das geht eigentlich am allerschnellsten durch das Beenden der Bewirtschaftung organischer Böden. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass wir morgen auch Pflanzenbausysteme haben, die im Boden fixierten Kohlenstoff ablagern. Das ist aber etwas, wo ich heute noch nicht so furchtbar viel davon gehört habe. Vielleicht kann Frau von Korf uns da was berichten. Gut. Genau, wir machen gleich weiter. Ich habe noch eine Frage kurz an Frau Leibach erstmal nochmal Grundsätzlich. Glauben Sie denn, dass diese Herangehensweise, die Sie vertreten, also dass wir diese neuen Technologien überhaupt brauchen und es eben kein Zurück sein muss, der Weg in die Nachhaltigkeit oder dass er das eben nicht sein darf, ist das in der Gesellschaft eigentlich angekommen oder herrschen da noch ganz falsche Vorstellungen? Das ist eine sehr breite und eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Und die kann man, glaube ich, weder eindeutig mit Ja noch mit Nein beantworten. Also so aus meiner Erfahrung heraus kann ich eigentlich sagen, dass teilweise ist es auf jeden Fall so, dass neue Ideen und Impulse da immer populärer werden und dass bestimmte Dinge, also wenn es zum Beispiel jetzt um zum Beispiel Pflanzenzüchtung geht und so weiter, dass da schon vor allen Dingen, wenn man das mit guter Kommunikation verbindet, sage ich jetzt mal, die Offenheit schon auf jeden Fall wächst. Teilweise ist es aber durchaus so, dass durchaus oft immer noch Ängste mit neuen Entwicklungen verbunden sind, weil eben dann die Risiken im Auge behalten werden und das sieht man ja in der ganzen Bandbreite. Also das geht ja von Züchtungstechnologien bis hin zur Windenergie, die dann Leute nicht vor der Haustür haben wollen. Also das ist schon so. Oder zum Beispiel auch jetzt gerade, mit den neuen mRNA-Impfstoffen und so weiter. Da sind teilweise freundlich die Leute darüber, das bekommen zu können und wollen das lieber als, sage ich jetzt mal, die herkömmlichen Vakzine. Teilweise sind die Leute da aber dann eher ein bisschen skeptisch gegenüber. Also das kommt ein bisschen drauf an. Frau von Korff, wie sehen Sie das? Mich würde interessieren, ob das in Ihren Augen wohl schnell genug geht, die neuen Erkenntnisse der Pflanzenforschung dann auch wirklich aufs Feld zu bringen und welche sichtbaren und unsichtbaren Hürden es da vielleicht auch gibt. Wie sehen Sie das? Ja, natürlich ist schnell ein lehnbarer Begriff. Und tatsächlich sind sozusagen die Zyklen in der Pflanzenzüchtung nicht unbedingt schnell. Also die Züchtung einer neuen Linie dauert typischerweise zehn, fünfzehn Jahre. Das ist vielleicht schon gar nicht mehr das. Das heißt, das, was wir heute machen, das die Züchter machen, das kommt dann 20, 30 aus Feld frühestens. Also das sind so die Zyklen und das muss man natürlich bei der praktischen Anwendung, auch bei der Übertragung von Forschungserkenntnissen in die praktische oder Pflanzenzüchtung berücksichtigen. Wenn ich jetzt davon spreche, dass Genomeditierung die Forschung und die Generierung von bestimmten Linien beschleunigt, dann gibt es natürlich trotzdem noch Herausforderungen. Denn wir haben zwar neue Techniken zur Verfügung, das ist zum Beispiel Genomsequenzierung und CRISPR-Cas, also Genomeditierung. Aber um die Pflanzen und um agronomisch wichtige Merkmale zu verändern, müssen wir verstehen, wie diese genetisch kontrolliert sind, wenn wir auf diese Weise vorgehen wollen, also wenn wir genetische Ansätze wählen wollen. Und typischerweise sind diese Merkmale von vielen Genen kontrolliert. Und da gibt es natürlich auch noch sehr viel Forschungsbedarf. Das heißt, also wir sprechen sicher nicht von ein paar Jahren, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Forschungsansätze in die praktische Pflanzenzüchtung übertragen. Das ist etwas, das tatsächlich einen langen Atem braucht. Und wir haben jetzt aber gerade schon gehört, dass Landwirte und Pflanzenzüchter das durchaus kennen und bereit sind, diesen langen Atem beizubehalten und langfristig zu planen. Also deswegen sage ich, was schnell ist, ist relativ. Das ist sicher nicht, was das in ein, zwei Jahren passiert. Herr Kunz, glauben Sie denn, dass der Green Deal und das wirklich ja jetzt sehr große Bewusstsein inzwischen für die Probleme, die der Klimawandel hervorruft, auch die Offenheit diesen neuen Technologien und den neuen Erkenntnissen der Pflanzenforschung und auch ihrer Produkte gegenüber erhöhen wird? Mein Eindruck ist, teils, teils im Moment. Ich habe den Eindruck, dass wir eine höhere Akzeptanz haben für neue Züchtungsmethoden. Also für den biologischen Bereich ja. Mein Eindruck ist nicht, dass wir eine höhere Akzeptanz haben für zum Beispiel synthetische Pflanzenschutzmittel. Da habe ich den Eindruck, das ist nicht der Fall. Und das ist ja auch vollkommen, ich meine, es ist, wie es ist. Wichtig ist, glaube ich, dass wir immer versuchen zu sagen oder zu zeigen, dass es eben über die Innovationen Verbesserungen geben kann. Ich würde da auch nochmal ganz kurz anknüpfen wollen an das, was der Herr Petro gesagt hat, weil ich das wichtig finde. Beim Bereich klimafreundliche Landwirtschaft wird im Moment sehr viel gesprochen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sehr viele Leute tragen angeblich zur Lösung bei. Ich glaube, wir haben da das Problem, dass wir gleichzeitig relativ schnell handeln müssen, weil wir keine Zeit haben. Und wir können nicht das tun, dass wir typischerweise bei Bayern machen würden, nämlich erst mal 15 Jahre ein Produkt entwickeln und dann gucken, ob es im Markt ankommt. Und wir müssen es praktisch im Markt mit den Bauern gemeinsam entwickeln. Und wir müssen auch dabei vollkommen offen zugeben, was noch nicht richtig ist und was noch nicht perfekt ist. Die Fragen der Permanenz, wie lange muss der Kohlenstoff im Boden bleiben? Die Frage der zusätzlichen Additionality, was muss eigentlich zusätzlich gemacht werden, um als Anstrengung anerkannt werden? Da sind noch sehr viele Fragen offen. Aber ich sage mal, das ist für mich wichtig. Also wir sind jetzt schon wirklich alle zusammen auf dem Sprung und müssen die Dinge ändern, müssen sie relativ schnell ändern. Und das geht nur, wenn wir das zusammen machen. Und das gilt genauso für die Pflanzenzüchtung. Also wenn wir da uns auf Parameter verständigen konnten in einer Gesellschaft, die alle akzeptieren können, dann wären wir natürlich besser dran, als wenn wir nach einem Jahr oder zwei Jahren Arbeit wieder in den alten, in den alten Gräben versinken. Ja, eine Frage noch an Sie, Herr Heidelbach. Das Stichwort oder die Stichworte Anything Goes sind jetzt sehr oft hier gefallen. Also eine Offenheit allen möglichen Methoden erst mal gegenüber. Würden Sie sagen, diese Grundhaltung spiegelt sich auch in dem Green Deal wieder und in der Herangehensweise der EU-Kommission oder dann noch Luft nach oben? Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, zunächst mal möchte ich auch noch mal betonen, was meine Vorredner gesagt haben, dass wir sind schon relativ weit, hat der Kunst gesagt. Ja, also wir sagen auch immer, we don't start from scratch. Vieles wurde schon erreicht und da machen wir eben weiter. Aber wir müssen kreativ sein. Und was jetzt den Werkzeugkasten angeht, den Herr Petko genannt hat, stimme ich auch völlig überein. Also was wir gerade machen in dieser Initiative zum Rahmengesetz für nachhaltige Lebensmittelsysteme, ist uns wirklich alle Politikbereiche anzuschauen und zu schauen, wie man an den verschiedenen Stellschrauben drehen kann, um mehr Nachhaltigkeit für unser Lebensmittelsystem zu erreichen. Und da müssen wir tatsächlich in Bereiche wie Steuerpolitik zum Beispiel schauen. Das haben viele der Experten, unter denen unter anderem auch Landwirte sind. Also es ist nicht so, dass wir hier in Brüssel uns was ausdenken, sondern die Experten kommen aus allen Bereichen. Also das wurde oftmals genannt, Steuerpolitik, Besteuerung zum Beispiel von nicht nachhaltigen Lebensmitteln oder Förderung von nachhaltigeren Lebensmitteln. Aber wir müssen auch in dem Bereich Sozialpolitik schauen, wenn wir eben diejenigen nicht zurücklassen wollen, die sich vielleicht teurere Lebensmittel nicht leisten können. Wir müssen in unsere Entwicklungspolitik schauen. Ja, wir haben den globalen Ansatz. Und was Frau Leibach gesagt hat, wir sind hier nicht auf einer Insel. Das ist klar. Und wir wollen auch keine Festung bauen, um uns abzuschirmen. Das geht so nicht. Wir sind weltweit ein wichtiger Handelsblock und wir wollen auch weiterhin Handel betreiben. Das heißt, wir müssen auch auf unsere Handelspartner zugehen, ohne unsere Standards jetzt zu vernachlässigen. Und das ist natürlich nicht einfach. Denn man hört natürlich nicht nur Länder, die das jetzt umarmen, gerade aus Lateinamerika zum Beispiel, haben wir sehr viele kritische Stimmen hinsichtlich des Green Deals, hinsichtlich der Farm-to-Fork-Strategie, auch aus den USA ursprünglich. Das scheint sich so ein bisschen zu ändern. Und die Bereitschaft der USA jetzt im Bereich Innovation zum Beispiel zusammenzuarbeiten, scheint da zu sein. Und ja, was wir auf internationaler Ebene vereinbaren können, das wird hoffentlich der sogenannte UN Food System Summit später in der zweiten Jahreshälfte im September zeigen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass wir mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten und zum Beispiel die Japaner an einer sehr engen Zusammenarbeit interessiert sind. Also die wollen auch so etwas machen in die Richtung Farm-to-Fork Green Deal. Und das stimmt auch optimistisch, würde ich sagen. Das heißt, wir schauen kurzum, wir schauen in alle Politikbereiche rein und ja, wir müssen alles aufnehmen, was auch von unseren Forschungsprojekten, die wir unterstützen, aber auch von anderen Forschungsprojekten eben als Input kommt. Deshalb sind solche Veranstaltungen heute sicherlich sehr wichtig. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich schaue jetzt mal rüber zu Frau Bracht und ich habe hier schon ab und zu mal was aufleuchten sehen. Einige Fragen machen jetzt mal eine Publikumsrunde. Ja, es sind tatsächlich einige Fragen schon zu den neuen Züchtungsmethoden an Frau Leibach und Herrn Heidelbach gekommen. Ich denke mal, wir sind da auch schon viel drauf eingegangen. Deswegen würde ich gerne noch mal eine andere Frage stellen, die Herr Heidelbach auch schon im Chat beantwortet hat, aber vielleicht würde ich sie trotzdem noch mal stellen. Und zwar lautet die Frage, denkt die EU-Kommission daran, den rechtlichen Rahmen der Sortenzulassung durch die nationalen Sortenämter an die Anforderungen der Nachhaltigkeit, zum Beispiel weniger Verbrauch an limitierten Ressourcen oder weniger Pästizidbedarf bei Erhalt des Ertragspotenzials anzupassen? Das wäre ja eine Möglichkeit zu steuern, was in der Landwirtschaft angebaut wird. Also eine Frage an Herrn Heidelbach. Ja, also in der Initiative in dieser Richtung ist mir jetzt nicht bekannt. Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, da sieht es anders aus. Da gibt es eben die Initiative zur Überarbeitung der Richtlinien. Das ist aber keine schlechte Idee, würde ich sagen. Also jetzt spontan geantwortet. Ich weiß nicht, was die Experten dazu sagen, Herr Westhoff zum Beispiel, Frau Korf, die sich vielleicht auch ganz gut auskennen mit dem Verfahren zur Sortenzulassung auf nationaler Ebene, ob das so umsetzbar ist. Aber ich greife das gerne auf und spreche mit den Kollegen hier in der Kommission. Also ich würde die Frage einfach weiterreichen auch. Frau Bracht, haben wir noch mehr? Ja, dann habe ich noch eine Frage an Herrn Kunz. Wie kann Bayer als Crop Science Unternehmen dazu beitragen, das Thema Pflanzenschutz positiver zu besetzen? Ja, das ist die Schlüsselfrage. Eine der Schlüsselfragen für uns. Ich denke, es geht erstmal damit einher, dass man versucht, eine gemeinsame Sprache zu finden. Und deswegen habe ich es vorhin gesagt, das fängt damit an, dass man ganz klar ausspricht, dass Insektizide natürlich auch Nebenwirkungen haben, wie jede Medizin Nebenwirkungen hat. Dass es kein Insektizid geben kann, das überhaupt keine Nebenwirkungen auf die Natur haben kann, weil es ja dazu designt ist. Es ist ja designt, um Wirkung auf die Natur zu haben. Also ich sage mal, da haben wir, glaube ich, als Industrie eine Menge aufzuholen an Sprache. Wir haben in dem Zusammenhang auch in der Vergangenheit vor vier Jahren mal eine relativ radikale Entscheidung getroffen, weil so viel gesprochen wurde über die Sicherheit von Pflanzenschutzmitteln. Und wir dann typischerweise immer standardmäßig geantwortet haben, ja, wir haben aber Studien unter Feldbedingungen, in denen klar gezeigt wird, das. Und die haben wir bei den Behörden eingereicht und haben das evaluiert. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, wir können nicht mehr so argumentieren, wir müssen alle Studien zugänglich machen. Das haben wir dann auch getan. Das klingt von außen betrachtet wie ein kleiner Schritt, aber die Studien sind natürlich auch, sagen wir mal, das intellektuelle Eigentum, auf dem die ganzen Zulassungen beruhen. Also das war so ein leichter Schritt nicht. Aber jeder kann heute alle sicherheitsrelevanten Studien von allen Bayer-Pflanzenschutzmitteln einsehen. Und das ist für uns ganz wichtig. Ein Schritt in Richtung Transparenz, natürlich noch kein Schritt in Richtung Verständnis. In dem Zusammenhang bemühen wir uns eben mit vielen externen Universitäten auch, eine Sprache, relativ einfache Sprache zu finden, zum Beispiel Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel, nüchterner zu beschreiben, als das heute der Fall ist. Und ja, und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir uns allen Diskussionen stellen. Wir können denen nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen immer da sein. Auch wenn nur Leute da sind, die Pflanzenschutzmittel gar nicht leiden können, sollten wir auch dabei sein und sollten über die Dinge sprechen. Pflanzenschutzmittel wurden ja irgendwann mal tatsächlich als was Großartiges angesehen, das Pflanzen gesund macht, wie Medizin eben auch. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir die Vorteile zeigen, dass wir über die Nachteile sprechen, dass wir versuchen, auch immer gemeinsam an Wegen zu arbeiten. Es ist immer die, ich sage mal, die integrierte Lösung möglich machen. Und das ist tatsächlich so, je weniger Pflanzenschutzmittel man anwenden muss, umso besser. Ja, aber wir müssen besser lernen, über die Vorteile zu sprechen. Und wir brauchen vielleicht auch noch ein paar Helfer, die das gelegentlich auch mal machen. Ein langer Weg. Okay, ich hätte noch eine weitere Frage, und zwar an Herrn Heidelbach. Welche Anreize kann die EU schaffen, um das Thema Digital Farming und deren Forschung zu unterstützen? Ja, zu der Frage habe ich gerade meine Kollegin gefragt, parallel, die hier auch in der Veranstaltung ist und die eben den Horizon Europe und die Forschungsprogramme betreut. Und sie sagt mir, also es wird ein Call geben zum Thema Digital Farming unter Horizon Europe demnächst. Und ja, das ist jetzt was ganz Konkretes, wie wir das unterstützen können. Zusätzlich gibt es natürlich die EIP Agri Gruppen. Ich glaube, da gibt es inzwischen fast 2000 in Europa, wo eben ganz konkret auf mit Landwirten an Innovationen gearbeitet wird. Und da spielt das Thema Digitalisierung natürlich auch eine ganz große Rolle. Ich werde Ihnen noch was in den Chat schreiben dazu. Okay, das war es erst mal aus dem Publikum. Ja, okay. Gut, dann übernehme ich an dieser Stelle nochmal. Sie können trotzdem weiter Fragen natürlich eingeben. Ja, ich würde jetzt mal auch in die Runde gar nicht an einen oder eine spezifisch die Frage stellen. Wir haben jetzt hier eine schöne Runde mit Forschung, EU-Kommission, Industrie, landwirtschaftliche Praxis. Gibt es da auch jenseits solcher Formate genügend Kommunikation in Ihrer Sicht? Also kennt man gut genug die Wünsche, Bedürfnisse, Zwänge der anderen Parteien jeweils? Ist das ein fruchtbarer Austausch oder müsste da noch was verbessert werden? Freiwillige vor. Ja, Herr Kunz. Also es muss auf jeden Fall immer weiter verbessert werden. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile relativ viele solcher runden Tische. Und an denen teilzunehmen, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Wo praktisch jeder typischerweise in einem geschützten Raum erst mal sagt, was er für den richtigen Weg hält. Ich bin erstaunt darüber. Wir sind, glaube ich, viel näher zusammen, als wir das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren waren. Industrie hat sich meiner Meinung nach sehr stark bewegt. Und die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, dass Naturschutz prioritär betrachtet werden muss, hat sich durchgesetzt. Das ist nicht nur bei Bayer so, sondern das ist bei den anderen großen Firmen genauso. Es findet nur nicht in der Öffentlichkeit statt. Ich glaube, das wäre noch der Schritt, den wir vielleicht noch schaffen mussten, und dass wir uns noch mehr in solche Formate wie hier trauen, wo jeder zuhören kann und wo wir uns dann da auch austauschen. Und ich glaube, also der Weg ist der richtige. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern das ist in vielen anderen Ländern auch so. Meine Einschätzung. Wird das von den anderen an diesem virtuellen runden Tisch ähnlich sehen? Vielleicht kann ich, weil letztlich ist es ja so, dass so ein bisschen der Öko-Proc ja auch so eine Funktion haben will. So eine Dialog-Plattform jetzt nicht nur von Vertreterinnen und Stakeholdern, die sich jetzt quasi in der Runde befinden, sondern auch darüber hinaus ein bisschen besser oder noch mehr Wissensschaftskommunikation eben in diesem Bereich zu machen. Also das heißt zusätzlich noch die Gesellschaft und vor allen Dingen auch junge Leute mit einzubinden. Und das ist, glaube ich, was oft noch nicht so viel passiert. Denn letztlich diese ganzen, also auch der Green Deal und so weiter, das sind Strategien, das betrifft die Zukunft. Und das betrifft auch dann eben viel junge Leute, die dann in dieser Zukunft leben. Und diese Entscheidung, die wir heute treffen, beeinflusst auch massiv genau das. Und das wäre vielleicht ein Punkt, der noch ein bisschen stärker auch mit eingebunden werden könnte in solchen Runden, auch wenn die jetzt vielleicht noch nicht gerade dabei sind, diese Entscheidung zu treffen. Aber dennoch wäre es vielleicht ganz gut, zumindest mal zu fragen, wie sie die Entscheidung befinden oder die Dinge dann sehen, die so besprochen werden und wie die Ideen da sind. Herr Peter, wenn Sie jetzt heute die Möglichkeit haben, dem Herrn Heidelbach mal eine Botschaft von Seiten der Landwirte, ich sage jetzt schon wieder, der Landwirte, mit auf den Weg zu geben, was wäre das? Ja, also ich wollte einmal kurz noch auf das Thema von Frau Leiber eingehen und was wir gerade hatten, weil ich glaube, ich halte das für ein ganz zentrales Thema. Also wie erreichen wir tatsächlich auf dem Weg der Kommunikation eine Entschärfung dieser Konfliktspannung zwischen Agrar-, Umwelt- und Nachhaltigkeit? Und ich bin da ehrlich gesagt nur halb optimistisch, weil wir sehen das ja auch, glaube ich, in dieser Runde, derjenige, der bereit ist, sich in einem Kommunikationsformat wie dieses einzulassen, und ich erlebe das an ganz vielen anderen solchen Tischen, der ist ja schon in einer Differenziertheit in dem Thema, dass die Gefahr eigentlich nicht mehr besteht, dass der zu einem undifferenzierten und deshalb vielleicht völlig fehlgeleiteten Urteil kommt. Das große Problem sind ja all die Menschen, die sich nur aufgrund einer schlaglichtartigen Wahrnehmung, einer politischen Botschaft, einer Kampagne, ihre Meinung über dieses Thema Auswirkungen, Ernährungssysteme auf die Umwelt bilden. Und die erreichen wir in solchen Formaten nicht, tatsächlich. Also das muss man auch ganz klar sagen, das ist auch nicht wirklich neu. Also das ist eigentlich immer schon so gewesen. Wenn Sie sagen, was wollen wir, was würden wir Landwirte gerne sehen, dass die EU, und die EU ist wesentlicher Akteur auch der gemeinsamen Agrarpolitik, das ist ja kein Geheimnis, was würden wir uns wünschen? Die Landwirte brauchen eigentlich eine Politik, die dafür sorgt, dass die nachhaltige Weiterentwicklung des Ernährungssystems zu unserem individuellen und ökonomischen Interesse wird. Das sind zwei Anforderungen, die sind häufig kongruent, manchmal auch nicht. Ökonomisch heißt einfach, ich brauche die entsprechende ökonomische Beinfreiheit, um auch ökologischer wirtschaften zu können. Wir haben das im Ökolandbau hergestellt, in dem ziemlich hälftig Verbraucher und Politik das Ganze subventionieren. Ich will jetzt nicht sagen Subventionen rufen, aber wir brauchen eins von beiden. Wir brauchen entweder eine ökonomische Beinfreiheit auf dem Weg der Subvention oder auf dem Weg einer Verhinderung der Ausnutzung von Wettbewerbsungleichheiten. Sprich, also wenn wir hier nachhaltiger Proteine erzeugen über Erbsen, dann können wir das nicht im direkten Wettbewerb unter heutigen ökonomischen Bedingungen mit den Sojaproduzenten und Kollegen in Südamerika tun. Da muss irgendjemand dafür sorgen, dass da so ein Level-Playing-Field entsteht, denn sonst wird es hier, da geht es gar nicht um das Interesse der Bauern, sondern es wird dann schlichtweg nicht passieren. Und also nicht, weil die Bauern das nicht wollen, sondern weil es nicht können. Und das wäre so meine Botschaft. Wir müssen versuchen, die Politik so dahin auszurichten, dass wir die unternehmerischen Interessen so motivieren, und zwar so effizient wie möglich, dass wir nachhaltiger werden. Und das, glaube ich, ist auch der Kern, den ich aus der Farm to Fork rauslese. Was da drin steht, das geht auch in diese Richtung. Es wird häufig aber auch anders interpretiert. Vielen Dank. Frau Bracht, das Publikum noch mal. Ja, ich habe auch noch mal zwei Fragen. Die erste geht an Herrn Kunz. Sie sagten, Bayer will dabei sein. Ist das nicht ein bisschen wenig? Sollte Bayer mit seiner enormen Forschungskompetenz und seiner enormen Forschungskapazität nicht Vorreiter bei der Entwicklung neuer Wege in der Landwirtschaft sein? In Klammern Züchtung nachhaltigerer Kulturpflanzenarten und Sorten, biologischer Pflanzenschutz und so weiter. Ja, das finde ich wirklich eine interessante Frage. Und ganz ehrlich, ich bin bei der Wortwahl da ein bisschen vorsichtig, inwieweit Bayer da eine führende Rolle oder alleinführende Rolle oder oberführende Rolle haben will. Ich finde es wichtig, dass wir da eine sehr positive Rolle dabei spielen. Und auch, was Herr Pennekamp eingangs angesprochen hat, gibt es ja durchaus Vorbehalte, wenn große Firmen sehr starke Worte wählen, was ihre Rolle in bestimmten Veränderungsprozessen angeht. Insofern glaube ich, dass wir dabei eine wichtige Rolle spielen können, weil wir unheimlich viel wissenschaftliche Expertise haben, weil wir lauter Wissenschaftler haben, die enorm begeistert an diesen Problemen arbeiten und weil wir mittlerweile die Weichen so umgestellt haben, dass wir wissen, dass wir in Zukunft nicht mehr Volumenmodelle langfristig propagieren können. Also mehr Pflanzenschutzmittel, mehr Saatgut allein verkaufen, wird nicht reichen. Das ist für uns völlig klar. Und ich glaube, in dem Moment, wenn Bayer sich da umstellt, dann werden wir dabei schon eine wichtige Rolle spielen. Ich finde aber, dass die Kollegen bei der BASF und bei der Syngenta auch wichtige Rollen dabei spielen sollen und dass wir das idealerweise in die richtige Richtung zusammenbewegen. Und dass wir dabei nie, und das ist mir immer das Wichtigste, dass wir nie die Bauern dabei aus dem Blick verlieren, weil am Ende muss es für die passen. Es muss genau diese Anpassung sein der ökonomischen und ökologischen Notwendigkeiten und die müssen für die Kunden passen. Das ist für mich das Wichtigste, ob Bayer dann der Allerbeste ist oder der Zweitbeste. Das müssen andere beurteilen. Aber trotzdem finde ich die Frage schön. Vielen Dank. Ich glaube, dass Maria von Korf da gerne noch was zu sagen wollte. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nochmal auch zusammenfassend auf die Frage von Herrn Pennecke antworten, wie denn die Forscher und die verschiedenen Stakeholder zusammenarbeiten. Jetzt haben wir festgestellt, und dem stimme ich durchaus zu, dass diese Formate, die wir hier haben, und Kommunikation zwischen ganz unterschiedlichen Akteuren zunehmen und auch ganz wichtig sind. Und man muss aber sagen, dass das natürlich nicht reicht. Denn wir müssen ja auch zusammen arbeiten. Wir müssen Dinge zusammen nach vorne bringen. Und Herr Westhoff hat von der Apollo-Mission gesprochen. Und das ist natürlich etwas, wenn man ganz ehrlich ist, dass die Wissenschaft alleine nicht schafft. Das heißt, wir brauchen die Industrie. Also wir brauchen Firmen wie Bayer. Und deswegen würde ich auch dem Kommentar im Chat eigentlich zustimmen. Es gibt eigentlich, denke ich, auch eine Verantwortung von Bayer, Monsanto, Syngenta. Vorreiter-Rollen, Apollo-Missionen zu starten in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern. Und ich finde, das ist etwas, das durchaus noch wesentlich mehr passieren könnte und müsste und sollte, wenn wir diese großen Veränderungen, wenn wir diese großen Herausforderungen stemmen möchten. Und deswegen, wir sind vielleicht auf dem richtigen Weg. Aber ich würde sagen, da ist durchaus Raum für Verbesserungen. Und da ist sicher der Wunsch von den Wissenschaftlern, vielleicht vertrete ich jetzt auch so ein bisschen C-Plus, das ist das Exzellenzcluster, durchaus stärker mit Firmen, die ja auch die Möglichkeiten haben, die finanziellen Möglichkeiten und aber auch die Möglichkeiten, dann in die Anwendung zu gehen, viel stärker noch vielleicht mit den Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Das ist ein Wunsch. Und ich denke, es gibt Potenzial auf beiden Seiten. Wir können Ideen und Forschung einbringen und wir müssen vielleicht einen Weg finden, auf den wir uns gut verständigen können und gemeinsame Ziele finden. Und ich würde sagen, wenn ich auf Herrn Pennecke antworten müsste, da könnte, da ist noch was drin. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall sofort zustimmen und nehme das mit. Ja, auf jeden Fall. Botschaft angekommen. Vielen Dank. Okay, ich stelle einfach noch mal weiter Fragen. Und zwar geht da eine Frage an Herrn Westhoff und Frau Leibach. Es wurde angesprochen, dass insbesondere Phosphor eine limitierte Ressource in der Landwirtschaft ist. Inwieweit gibt es hier Möglichkeiten, nicht nur effizientere Phosphornutzung von Pflanzen zu erarbeiten, sondern auch eine Art Kreislaufwirtschaft für diesen Nährstoff zu entwickeln? Gibt es hierzu Ansätze? Ja, vielleicht erst Herr Westhoff. Also, ich bin in einem großen EU-Strategieprojekt Cropbooster. Und wir hatten letzte Woche eine Tagung und da ist das auch ein Thema gewesen. Dass man nämlich letztlich gesehen, wenn man nachhaltiger werden will, dann muss man die vorhandenen Ressourcen klasseneffizienter nutzen. Und das meinte ich mit meiner Aussage, dass man da nicht wieder diese berühmte Schere im Kopf hat, damit darf ich es auf keinen Fall machen. Also, wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt einen Transporter, der das, sei es jetzt Nitrat oder Ammoniak oder auch Phosphat, besser in die Pflanze hineinbringt. Wenn ich einen zweiten habe, der das dann in der Pflanze auch lagern lässt, also in irgendeinen, sagen wir mal in die Vakuole, das ist ein Zellteil, reinbringt, wo es gelagert werden kann. Und dann ich das auch abrufen kann. Das heißt, ich hole es aus dem Boden raus und lagere es. Das sind so Dinge, die kann man damalig damit, diese Sachen, wir brauchen ein wirklich großes Apollo-Projekt. Und nicht mit Davian-Millionchen und dann zwei Millionenchen, sondern wir reden über große Summen. Und das kann man nicht einfach nur dilettantisch organisieren. Das muss richtig gut durchorganisiert werden. Und wenn wir meiner Meinung nach in dem Green Deal, also in dem Farm to Fork wirklich erfolgreich haben wollen, dann müssen wir von dieser Kleckerei losgehen lassen. Wir müssen nicht kleckern, wir müssen endlich mal klotzen. Nicht wild, nicht gießkampenförmig, sondern strategisch geschickt ausgräten. So, das ist eine allgemeine Aussage. Jetzt komme ich zu der Aussage, zu der Frage mit dem Phosphor. Ich will es erstmal negativ beim Stickjob. Wenn ich Energie habe, genügend Energie habe, kann ich Stickjob in Hüllefülle herstellen. Das ist nicht das Problem. Aber Bosch funktioniert sehr gut. Kostet nur Energie. Aber Phosphat ist ein Mineral, was ich aus der Erde rausbuddeln muss. Und wir nähern uns so, das kam auch so raus mittlerweile dem Peak-Phosphor. Und zwar Peak-Phosphor heißt, das kommt ja nicht überall vor, dieses Mineral. Das Gros der Phosphatmengen, der guten Phosphatmengen, das heißt der Phosphat der Mineralien, die nicht stark mit Mineralien wie Katrion zum Beispiel verunreinigt sind. Das ist interessanterweise zum Beispiel in Afrika, in der Sahara-Zone. Das ist das Gebiet, wo sich mit Marokko und früher dieses West-Sahara rumschreiten. Deswegen ist auch Marokko so wild darauf, dass sie dieses Gebiet behält. Weil das ist, glaube ich, das größte Gebiet, wo Phosphat hergestellt wird. So, Phosphat ist so eine Sache, die haben wir früher, ich komme auch gemütlich von einem kleinen Kaffee in Ostwestfalen, neben der Landwirtschaft, das kam in die Güllegrube rein und auch die Menschen fäkalt gehen und die kamen wieder zurück auf den Acker. Diese Kreisdorfwirtschaft haben wir nicht mehr. Wir packen das irgendwo in die Kläranlage rein und dann kommt der Klärschlamm raus und dann ist da so viel Schwermetail drin, dass unsere Regeln sagen, das können wir nicht mehr im Acker zurückbringen. Also machbar ist alles, nur ich finde, wir müssen endlich mal die Priorität setzen und nicht immer sagen, können wir ausschließen das? Also diese urdeutsche Angst, immer Angst zu haben, das geht dann langsam auf den Keks drauf. Entschuldige den Ausbruch. Ja, sonst könnte ich dazu irgendwie noch ein bisschen konkreter ergänzen. Also ich stimme da so auf jeden Fall auch zu, dass man auch gerade da sicherlich in der Pflanze selber sehr viel machen kann mit den neuen Züchtungstechnologien. Aber auch, wenn das quasi einmal in der Pflanze und auf dem Acker war, kann man das auch wieder zurückholen. Dann geht es auch wieder um Biotechnologie. Also es ist natürlich noch nicht so ganz so einfach in der Entwicklung, aber es gibt auf jeden Fall Ansätze, zum Beispiel vom Raps-Presskuchen oder so, der bei der Pressung von Raps entsteht, eben bei der Gewinnung von Öl. Und in diesem Presskuchen, der wird jetzt zum Beispiel oft als Futtermittel verwendet, da ist Phosphat drin und den kann man mithilfe von Enzymen und über Hefe und so weiter da wieder rausholen. Das ist jetzt bis jetzt noch nicht so super effektiv, aber wie gesagt, das befindet sich in der Entwicklung und da muss man warten. Und vielleicht, und da es halt auch wirklich sehr, sehr knapp ist, braucht man vielleicht auch einfach beides, um da wirklich eine Lösung zu finden. Genau, also was das, genau, ich kann auch nochmal irgendwie ein Paper, was so ein bisschen diese Möglichkeiten, wie so ein Kreislauf aussehen kann, kann ich auch mal einfach in den Chat vielleicht posten. Dann können die Leute, die das interessiert, nochmal kurz reingucken. Okay, vielen Dank, sehr gerne. Eine Zwischenfrage nochmal an Herrn Heidelbach, der Professor Westhoff sagte gerade, wir dürfen nicht kleckern, wir müssen jetzt richtig klotzen, keine Millionchen, sondern sehr viel Geld, eine Apollo-Mission. Frau von der Leyen hat, glaube ich, selbst bei der Vorstellung des Green Deals vom europäischen Man-on-the-Moon-Moment gesprochen. Ist denn Geld ein beschränkender Faktor bei Ihren ganzen Überlegungen? Wo kommt das ganze Geld her? Wer soll das am Ende alles bezahlen? Wie ist da der Kassenstand sozusagen? Ich würde sagen, Geld ist immer ein beschränkender Faktor. Zumindest in der EU und zumindest, wenn man es mit 27 Mitgliedstaaten zu tun hat, die natürlich alle auf den Haushalt achten. Und gerade jetzt, wo wir uns in der Rezession befinden, spielt das noch mehr eine Rolle. Sollte uns natürlich nicht davon abhalten, in die Zukunft zu investieren. Und zum Thema Kleckern oder Klotzen. Also es ist natürlich schon ein Indikator, dass 9 Milliarden Euro für das Thema Bioökonomie im weiteren Sinne adoziert worden sind unter Horizon Europe. Das ist schon mal ein großer Betrag, würde ich sagen, mit dem viel gemacht werden kann, wenn man es auch geschickt anstellt und wirklich alle Synergien zwischen den verschiedenen Forschungsinstituten in Europa, aber auch global ausnutzt und eben dann auch die Verbindung zur Industrie herstellt und die Forschungsergebnisse dann möglichst schnell auch an die Anwender transportiert. Denn die Zeit drängt, würde ich sagen. Das heißt, Geld ist wichtig, politischer Wille ist unheimlich wichtig, um das schnell zu machen und eben die Bereitschaft aller Akteure da auch mitzumachen. Gut, wir biegen jetzt zeitmäßig so langsam auf die Zielgerade. Noch sind wir nicht da, aber darum übergebe ich noch mal ans Publikum. Ich habe auch zwei neue Fragen. Das eine ist, halten Sie das Konzept einer Bioökonomie für hilfreich bei der Lösung der angesprochenen Probleme? Einerseits in Form von politischen Strategien, aber auch als konkreter Fahrplan für die Transformation der Wirtschaft. Ist nicht konkret an jemanden gerichtet? Wenn niemand mag, kann ich da gerne erst mal drauf reagieren. Genau, also insgesamt würde ich sagen, durchaus. Also das ist ja auch, glaube ich, schon explizit vorgesehen innerhalb des Green Deals. Und da gibt es auch eine sehr umfangreiche der Circular-Bioökonomie-Strategie und so weiter vor. Und ich glaube, auch die Pflanzenzüchtung an sich ist sehr, sehr wichtig, um das Konzept der Bioökonomie, vor allem mit der Hauptherausforderung, wie gehen wir eben mit dem Land, um das wir zur Verfügung haben, um die Biomasse herzustellen, die nötig ist für eine Bioökonomie, da voranzubringen. Genau, und das in der Hinsicht ist das sicherlich eine ganz wichtige Frage, da uns die Bioökonomie eventuell, wenn sie irgendwann gut und effizient genug ist, daran hindern könnte, quasi fossile Rohstoffe aus der Erde auszubuddeln und vielleicht auch mehr CO2 zu binden, wenn wir dann da mal irgendwann hinkommen. Also in der Hinsicht kann es schon sein, es gibt aber durchaus Herausforderungen zu meistern. Und das ist auch hier, wie bei allen Dingen, ganz, ganz wichtig, dass man dabei bleibt und sich das genau anguckt, was eine Förderung von bestimmten Dingen zur Folge hat, damit es nicht endet wie beim Biodiesel. Und da war auch da, also genau, ja, genau. Aber grundsätzlich denke ich, dass das einen Beitrag leisten kann, wenn es denn eben den richtigen wahren wird. Dankeschön. Wenn da jetzt sonst niemand mehr etwas zu sagen möchte, würde ich Sie bitten, Frau Bach, noch die weitere Frage einzuspeisen. Genau, eine weitere Frage geht an Herrn Heidelbach. Hat die EU-Kommission im Blick, dass bei einer Steigerung des Anteils von ökologischem Landbau in der Landwirtschaft auch das Ertragspotenzial zumindest nicht erhalten bleiben muss? Ja, das haben wir im Blick. Das wurde schon genannt von Herrn Bester vom Anfang. Ungefähr 20 Prozent weniger. Kommt natürlich darauf an, auf welches Produkt man jetzt schaut. Ist das Ertragspotenzial im ökologischen Landbau niedriger? Ich werde jetzt in den Chat noch einen Link stellen zu unserem Aktionsplan Organic, Organischer Landbau, in der vor kurzem verabschiedet worden ist. Also da sehen Sie verschiedene Maßnahmen. Erstmal, um natürlich die Produktion zu erhöhen, um die Nachfrage zu steigern. Aber dann wieder spielt natürlich das Thema Forschung und Innovation eine Rolle. Ja, und das ist der Schlüssel, um die Erträge hochzuhalten beziehungsweise zu steigern, auch im organischen Landbau. Was natürlich manchmal vernachlässigt wird, sind die positiven externen Effekte, was jetzt Ökolandbau angeht. Stichwort Biodiversität. Und das lässt sich natürlich sehr schwer messen. Da gibt es natürlich Zahlen von der OECD zum Beispiel dazu. Aber das zu quantifizieren, ist natürlich schwierig. Aber das sollte bei der Frage jetzt nicht vergessen werden. Natürlich gibt es Ertragsredaktionen, aber auch andere Vorteile eben. Okay, ich hätte sonst jetzt noch erst mal wieder eine Frage an Frau von Korf noch. Bei der ganzen Pflanzenforschung und den Überlegungen, welche Pflanzen denn zukunftsträchtig sein könnten, welche Rolle spielen denn da auch die Endverbraucher? Weil die sind ja diejenigen, die das dann am Ende auch konsumieren müssen. Und ja, vielleicht haben die keine Lust auf bestimmte Hülsenfrüchte oder Ähnliches. Spielt sowas überhaupt eine Rolle? Oder versucht man da wirklich nur das Beste erstmal rauszuholen und der Rest ist nicht ihr Business? Naja, wir als Wissenschaftler können uns da natürlich nicht direkt umkümmern. Aber es ist natürlich sicher etwas, was eine Rolle spielt und das hier, woran wir sicher denken müssen. Ich werde aber gar nicht so pessimistisch. Also man sieht in den Supermärkten schon, dass die Diversität von angebotenen Gemüse und Obst sich steigert und dass das auch durchaus angenommen wird. Vielleicht bedarf es dann einfach, aber das sage ich jetzt wirklich sehr naiv, einer guten Marketingstrategie, um diese neuen Produkte, die vielfältige Vorteile haben, die wir benennen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, hoher, besserer Ernährungswert, diese Vorteile haben, dass wir die richtig und gut am Markt platzieren. Und ich denke, da gibt es Experten, die das sehr gut können für viele verschiedene Produkte und die müssen das dann übernehmen. Aber das sage ich natürlich jetzt als Einleihe auf diesem Gebiet der Marktwirtschaft und der Produktlancierung. Aber ja, da kann vielleicht Herr Peter was zu sagen. Ja, wenn ich darf, dann jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Wir bauen seit zwei Jahren Druscherbsen an, also eine Leguminose. Herr Westhoff weiß, wovon ich spreche. Der Vermarktungsweg im Moment ist der, die gehen an Emslandstärke. Da geht die Stärke raus für die deutsche Lebensmittelindustrie. Das Protein aus der Erbse geht als Basis für veganes Haustierfutter in die USA. Das ist im Moment der Vermarktungsweg von dieser neuen Pflanze. Die Erbse hat für uns, für die Fruchtfolge, für den Boden, für alles Mögliche enorm positive Bedeutung. Sie wird alleine nicht verzehrt. Und das ist auch nicht mit Marketing zu lösen. Das ist denn tatsächlich so, da muss, wir werden wahrscheinlich dann grundlegend die Pflanzen ummodeln müssen in ihren Inhaltsstoffen der Ernteprodukte, im Geschmack ihrer Ernteprodukte. Ich kann mir gut vorstellen, dass morgen eine modifizierte Druscherbse als Grundstoff für ein synthetisches, also pflanzenbasierten Fleischersatz, dass das funktioniert. Aber im Moment ist das tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Okay, veganes Hundefutter derzeit. Okay, Frau Brach. Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum. Die geht an Herrn Heidelbach. Um den Green Deal zu realisieren, drängt die Zeit ja sehr. Müsste man dann nicht das Genome-Editing sofort und ohne jeglichen Zeitverlust für die Pflanzenzüchtung zulassen? Ansonsten werden die Gelder für die Forschung erst sehr spät ihren Gegenwert auf die Felder bringen. Gibt es ein Instrument in der EU-Gesetzgebung, sowie bei den Impfmitteln, eine Notfallzulassung für eine Technologie zu erlassen? Ja, da muss ich ganz einfach passen, weil ich das nicht weiß. Aber ich hatte vorher in den Chat den Link zu diesem Report geschickt, der vor kurzem oder der Analyse zu New Genomic Techniques. Und also meine Einschätzung ist, dass die Diskussion schon sehr lange geht und sich auch noch ein bisschen hinziehen wird, weil es einfach gesellschaftlich eine schwierige Diskussion ist. Also kann ich leider jetzt nicht antworten dazu, aber ich kann mich gerne schlau machen. Ja, das wäre für mich auch noch mal eine Frage an Sie, Herr Heidebach. Die ganzen Ziele, auf Ihren Folien sieht das sehr schön aus, aber die Umsetzbarkeit steht dann doch doch irgendwie auf einem anderen Blatt. Wir sehen das ja gerade in der Diskussion um die gemeinsame Agrarpolitik, um die Subventionen, das Stock, da kommt man nicht so richtig voran und an ganz vielen anderen Punkten in der EU könnte man das auch festmachen. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht, dass das alles so kommen wird? Also ich bin Optimist. Ich muss zuversichtlich sein, natürlich, aber ich sehe natürlich die Schwierigkeit der Diskussion. Und ja, der Plan ist, bis Ende Juni ein Deal hinzubekommen, was jetzt die gemeinsame Agrarpolitik angeht. Aber natürlich gibt es in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorstellungen auch, wie der Deal dann auszusehen hat. Und das zwischen Parlament und und Mitgliedstaaten sind wir eben nur der Mittler. Und wir haben natürlich unsere Vorstellungen, aber die lassen sich nur umsetzen, wenn die Mitgliedstaaten auch auch mitspielen. Also es wird sicherlich nicht einfacher. Und wir werden dann Ende des Jahres sehen, wenn die Mitgliedstaaten mit ihren sogenannten Strategieplänen kommen, wie sie die zukünftige GAP umsetzen wollen, ja, wie sehr sich das realisieren lässt. Also wir können Empfehlungen geben, aber diese Empfehlungen sind eben nicht gesetzlich bindend, wie auch die Green Deal Ziele. zum Teil eben nicht gesetzlich bindend sind. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Gut. Ich schaue noch mal in die Runde. Möchte noch mal jemand vom Panel auf etwas reagieren, was gesagt wurde? Gibt es unter den Zuschauerinnen und Zuschauern noch wichtige, drängende Fragen? Ich glaube, die Frau von Korf würde gerne noch was dazu sagen. Ah ja. Ich habe eigentlich eine Frage an Herrn Heidelbach. Jetzt wird ja CO2 wird bepreist, also wir müssen dafür bezahlen. Gibt es irgendwelche Ideen und Pläne dafür, andere Ressourcen, also Verbrauch oder Prozesse auch zu bepreisen? Also man könnte für Grundwasserverschmutzung, für extremen Wasserverbrauch, für Bodenerosion, also gibt es die Idee, noch andere, sagen wir, Umweltabgaben einzuführen, um einen gewissen finanziellen Druck auch auszuüben, darauf, neue Strategien umzusetzen und neue Wege zu gehen oder bleibt es bei der CO2-Bepreisung? Es gibt zurzeit ziemlich viele Ideen, an welchen Drehschrauben man drehen könnte, aber jetzt jenseits der CO2-Bepreisung noch nichts Konkretes, aber auch da sind wir für Ideen sicherlich offen und man muss natürlich nicht immer mit drakonischen Strafen drohen, man kann natürlich auch sogenannte Pool-Factors benutzen. Also Push and Pull ist, glaube ich, die richtige Mischung zwischen Push und Pull ist wahrscheinlich dann die Lösung. ja, man muss natürlich nach was suchen, was gesellschaftlich akzeptiert wird, aber wir als Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten haben eben die Aufgabe, da regulatorisch einzugreifen, wo kein Wille besteht, jetzt beispielsweise auf Industrieseite. Das ist natürlich schon unsere Aufgabe, aber die Lösungen können natürlich nur gemeinsam gefunden werden. Ja, man könnte sich auch Anreize schaffen oder Klimazertifikate ausweiten, also das wäre vielleicht sehr wichtig. Also Carbon Farming ist ein spannendes Thema, natürlich, wo viele Banken jetzt auch engagiert sind und da gibt es eine ganze Reihe von Ideen. Also da kann man sicherlich viel machen durch Anreize, durch Zertifikate, um jetzt nicht nur Landwirte, sondern auch alle anderen Unternehmen in der Wertschöpfungskette zu stimulieren. Wenn man es dann mal schafft, dass das von Carbon auf das gesamte Ökosystem erweitert wird, also dass Biodiversität eingepflegt wird, Wasser eingepflegt wird, ich glaube, dann haben wir den großen Schritt geschafft. Im Moment ist es eigentlich zu eng auf Carbon. Und man muss ja auch anmerken, dass es selbst beim Carbon nicht gelingt, offenbar den Emissionshandel auszuweiten auf weitere Bereiche, wie den Verkehr beispielsweise, weil auch dazu kein Konsens unter den Mitgliedsländern besteht. Ja, wir haben jetzt 19 Uhr. Ich würde an dieser Stelle jetzt einen Punkt machen wollen und mich erstmal bei allen bedanken für die Einladung nochmal und auch für die Statements und die lebhafte Diskussion, die wir hier miteinander hatten und ich weiß auch, am Bildschirm gibt es bei diesem Wetter sicherlich schönere Dinge auch als drinnen zu sitzen und zuzuschauen. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem ein paar interessante Gedanken aufschnappen können und haben diese zwei Stunden hier als sinnvoll investiert jetzt wahrgenommen. Das wären schon meine Schlussworte. Ich mag das bei Online-Veranstaltungen nicht so gerne, dass man danach auf einen Knopf drückt und plötzlich ist man in alle Richtungen verschwunden und wie Herr Westhoff das sagte, das Bierchen gemeinsam und die Nachbesprechungen die fallen leider weg. Das können wir jetzt nicht ändern, aber vielleicht wird es im nächsten Jahr dann eine bessere Gelegenheit darzugeben. Also nochmal vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Zuhörerinnen und Zuhörer hat mir von meiner Seite auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich wünsche allen noch einen schönen kühlen Abend hoffentlich. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.